Hallo zu Folge 12 von Auch Interessant. Wir nehmen auf am 21.03.2024. Mein Name ist Ali Heckeleif, wir reden heute wieder über Kunst und wer könnte da besser geeignet sein als der Kunsthändler unseres Vertrauens, Johnny Schneiders. Hallo Johnny. Guten Tag und liebe Grüße aus Hamburg an der Elbe. Und wieder dabei als Vox Populi, die Stimme der Bevölkerung, Basti, der auch schon in der letzten Kunstfolge mit dabei war. Hallo Basti. Hi, auch von der Elbe. Stimmt, die fließt da ja auch. Nicht hier zuerst. Naja, ich glaube also. Wir haben uns wieder ein paar Kunstthemen vorgenommen. In Folge 8 sprachen wir bereits über einige Kunstthemen und wie das so ist, man kommt da einfach nicht ans Ende. Und deswegen habe ich wieder ein paar Themen mitgebracht. Der Fokus liegt wieder auf Kunst, die man gut beschreiben kann. Und dann stelle ich die nach und nach vor und wir reden darüber, was das mit uns macht, was wir dazu denken und wie wir das so finden. Wenn ihr die letzte Folge noch nicht gehört habt, kann ich die nur sehr empfehlen. Wie gesagt, Kunstfolge ist die Nummer 8. Die bauen inhaltlich nicht groß aufeinander auf, aber sie ergeben so eine schöne Kulturparallelreihe hier im Podcast. Ich habe als allererstes für euch dabei In Orbit. Und ich nehme an, ihr alle kennt diese pseudofuturistischen Bilder. Wir hatten damals in den Schulbüchern auch immer so mittendrin im Englischbuch war eine Seite von wegen die Menschheit im Jahr 2030. Sie leben auf Raumstationen im Weltall. Und dann waren da Bilder von diesen großen, sich drehenden Rädern, um wie bei 2001 diese künstliche Gravitation zu erzeugen, dass bei Odyssee im Weltall man auf einem künstlichen Rad Schwerkraft erzeugt. Dieses Konzept aufgegriffen hat das Kunstwerk Orbit. Orbit ist ein großes Holzrad, 10 Meter hoch insgesamt. Und dieses Holzrad ist an einer Narbe montiert, sodass es im Raum drehen kann. Und in und auf diesem Holzrad befindet sich jeweils eine Person. Auf der Innenseite sind Möbel angebracht und auf der Außenseite sind Möbel angebracht. Und auf diesem Holzrad performt zehn Tage lang im Jahr 2014 das Künstler-Duo Alex Schweder und Ward Shelley. Und sie haben als Performance, wichtig hierbei ist, damit das Rad sich drehen kann, müssen sich beide bewegen. Es gibt zwar eine Notbremse, aber sie haben gesagt, innerhalb der Performance musste die nicht benutzt werden. Und der eine befindet sich immer in diesem Rad. Das ist Alexander Schweder, äh Alex Schweder, der zu seiner Verteidigung sagte, ja, er habe Höhenangst. Und mit Höhenangst ist es nicht so einfach, zehn Tage lang in zehn Meter Höhe auf diesem Rad rumzulaufen. Und ja, wie gesagt, sie haben Mobiliar an dieses Rad geschraubt. Und wir sehen jetzt gerade in dem Bild, dass auch die Kapitelmarke ist, wir beide in einem Sessel sitzen, der eine oben auf dem Rad, der andere unten im Rad. Und wenn sie schlafen wollen, müssen beide bis zu der Stelle gehen, wo dann die Betten auf der Innen- und auf der Außenseite sind. Sie haben einen Tisch mit Nahrung und ein paar Bücher stehen dabei. Und dieses Kunstwerk in Orbit soll einerseits auf die beschränkten Notwendigkeiten aufmerksam machen, die man zum Überleben und zum Ausharren braucht. Und andererseits spielt es mit Balance, Schwerkraft und dem zusammen co-abhängig voneinander leben. Das ist ein Thema, das das Künstler-Duo öfter auch aufgegriffen hat. Ich habe euch ja vorher schon ein Bild hier zur Verfügung gestellt aus dem, also sie haben mehrere Performances. Die, die ich euch da zur Verfügung gestellt habe, ist Stability aus dem Jahr 2009. Da haben sie im Prinzip ein langgezogenes Haus mit einer kleineren Grundfläche, zwei Meter breit, zehn Meter lang, auf einem Betonpfeiler aufgebaut. Und dieses Haus ist nicht im Gleichgewicht, sondern es kippelt immer in die Richtung, in die man sich in dem Haus bewegt. Und dadurch, dass der Pfeiler recht hoch ist, hat es auch wirklich Spiel. Also es kann ein paar Meter sich heben und senken. Und da geht es auch darum, dass sie beide in diesem Haus leben und durch das Anwesensein des anderen die Schwerkraft in dem Haus manipulieren. Also es schaukelt hoch und runter. Die beiden Künstler sind mir das erste Mal aufgefallen, genau, mit der Performance Flatland, in der sie ein Haus gebaut haben für eine New Yorker Ausstellung zum Thema Happiness. In der haben sie ein Kunstwerk geschaffen, das ist zehn Meter hoch, zehn Meter breit, hat vier Stockwerke. Aber es ist nur zwei Fuß tief, also etwas über 60 Zentimeter in die Tiefe, sodass eine Person alleine in eine Richtung darin gehen kann. Und da haben sie mit fünf Künstlern drei Wochen gelebt und die einzige Regel war, wer das Kunstwerk verlässt, darf nicht mehr reinkommen. Also die beiden, ihr ganzes Thema ist, enge Räume zusammen auf engen Räumen leben. Und als ich Orbit sah, dachte ich, das ist etwas, das ist so perfekt, um es zu erzählen und auch so verrückt, das bringe ich euch mit. Und ich würde mal sagen, in der Reihenfolge, was sind eure Gedanken zu Orbit? Sehr cool. Also ich finde vor allem Orbit verglichen mit den anderen Dingern ziemlich gut, weil da die Abhängigkeit voneinander, also bei dem In Balance ja auch, aber bei Orbit irgendwie noch mehr, wenn der eine sich an den Tisch setzen will, wenn der andere ins Bett will, dann fällt er im Zweifel um oder runter von der Installation. Also das finde ich schon, da finde ich eigentlich diese, also während das Flatland ist ja dagegen total gemütlich, auch wenn man quasi gar keinen Platz hat, ist es ja immer noch deutlich einfacher. Aber da finde ich Orbit wirklich äußerst gelungen. Zehn Tage ist das schon, das ist schon eine Ansage, würde ich sagen. Ich frage mich, wo so ein bisschen die Zahl zehn hierherkommt, weil bei allen dreien kommt die in verschiedenen Formen immer wieder vor. Ob es jetzt hier der Durchmesser oder die Anzahl an Tagen ist oder sozusagen zehn mal zehn Meter. Also da muss ich dich leider enttäuschen, das ist alles in Freedom Units gemacht und also Flatland zum Beispiel ist 32 Fuß und Null Inch lang, also das ist dann nur gerundet. 33 Fuß sind zehn Meter, also es sind 9,8 irgendwas Meter, aber ja. Zur Veranschauligung muss ich das direkt mal in Mettbrötchen umrechnen. In der einzig sinnvollen Einheit für eigentlich alles, Gerichte, Längen. Ja, oder auch, man kann auch Glück in Mettbrötchen angeben, Zorn. Stimmt, Gefühle auch sehr gut, ja. Was ich bei Flatland übrigens dachte, es gibt ja Leute, die wirklich so wohnen, also es gibt ja mittlerweile so minimal tiny Apartments, also eigentlich eine Perversion des Kapitalismus, wo dann Leute aber versuchen, einen kultigen Lifestyle draus zu machen. Und dann ihre Hacks zeigen, wie sie möglichst platzsparend ihr Bett in einen Tisch, in eine Couch umklappen können. Und als ich hier dieses Flatland House sah, dachte ich erstmal an Apple und ihre Werbespots, wo sie ja mittlerweile auch so angeschnittene Glashäuser einfach in echt gebaut haben. Also da steht ein Haus, bei dem einfach die Hälfte fehlt, in einer Lagerhalle, damit sie kultige Spots drehen können, wie jemand was zum HomePod sagt und die Kids durch die Bude rennen. Und an das erinnerte mich das hier, weil das ja, dadurch, dass es zu allen Seiten hin bodenhohe Fenster hat, ist es super voyeuristisch. Also man sieht alles, was darin passiert. Und auf der anderen Seite, dadurch, dass es so hoch ist, weiter oben hat man dann vermutlich einfach durch den Blickwinkel wieder ein bisschen Privatsphäre. Aber dadurch, dass es so beengt ist, kann man auch nicht aneinander vorbei, ohne sich nicht sehr nahe zu kommen. Also etwas über 60 Zentimeter Raumtiefe, da berührt man sich dann doch mehr oder weniger unfreiwillig, wenn einer mal zum Klo muss oder so. Ja, bei Flatland denke ich auch so ein bisschen an so Big Brother und so, also so dieses völlige Fehlen von Privatsphäre und so. Aber genau, Performance-mäßig ist es natürlich trotzdem auch sehr stark, weil die, ja, weil es schon funktioniert zu sagen, du kannst da eigentlich nichts machen ohne Interaktion, ohne Kommunikation. Ja, finde ich, finde ich, äh, ziemlich gelungen. Ja, zum, wie gesagt, Orbit, finde ich auch, ist ihr herausstehendstes Werk. Zum, ja, ich musste da sofort an diese Raumstationen denken mit, äh, wir bauen einen Ring, der dadurch, dass er sich dreht, nach außen hin Fliehkräfte erzeugt, die so hoch sind wie die Erdanziehung und, ja. Ja, es hat auch sowas, sowas retrofuturistisches, irgendwie mit diesen ganzen Orangetönen und so, diese NASA-Farbe sozusagen. Ich hatte auch, als ich das Bild das erste Mal gesehen habe, wusste ich nicht, aus welchem Jahr das ist und dachte, das ist sowas, was in dieser Futurismus-Zukunftswelle der späten 60er, 70er Jahre irgendwann mal gebaut werden könnte. Aber es ist von 2014, was mich ein bisschen enttäuscht hat, also, ähm, nur vom, das Bild sehen. Früher wäre noch krasser gewesen. Ja, äh, früher war ja auch die Schwerkraft schwerer, nee, aber, ähm, also, das ist etwas, das hätte für mich auch in den Futurismus oder in den Retrofuturismus gepasst und, ja, jetzt ist es immer noch cool, aber, ähm, das. Ja, wäre bestimmt cool, das mal, ähm, aufgeführt, also, das in echt gesehen zu haben oder zu sehen. Das ist schon interessant. Ja, also, es gibt auch Videos davon, wie beide in ihrem Rad laufen, um es, also, auf, in ihrer Fläche von dem Rad laufen, um es entsprechend zu bewegen. Ähm, ja, das sieht, es sieht aus, als könne man das koordiniert gut machen, aber es ist auch so eine Sache. Aber anders eben nicht, man muss sich schon immer sehr genau koordinieren. Wenn der eine obendrauf noch schläft und der unten drin wacht auf und denkt sich, ich würde jetzt aber lieber im Sessel sitzen, dann muss er den anderen halt wecken, um das Rad zu drehen, damit beide im Sessel sitzen. So viel zu in Orbit. Ja, kannte ich noch nicht und finde ich sehr gut. Machen wir heute wieder eine Bewertung, eine finale. Oh ja, die finale, abschließende, endgültige Bewertung für immer. Ähm. Genau, die Frage ist, welche Einheit wir nehmen. Ich würde wieder die Skala von 1 bis 10 vorschlagen, da wir die beim letzten Mal auch verwendet haben. Ich glaube, wir hatten nur 1 bis 5 als Schulnoten, oder? Oder 1 bis 6? Wir hatten, stimmt, wir hatten Schulnoten und dann war Johnny aber all out of ones und deswegen gab es nur noch schlechte Noten. Ist ja auch richtig. Gut, dann lass doch 0 bis 10 nehmen. Genau, 0 bis 10. Würde ich doch mal euch um eure Einschätzungen bitten. Also, ich habe letztes Mal immer sehr gut bewertet, wie du schon richtig gesagt hast. Und ich würde auch deswegen, sozusagen, ich finde es sehr gut, ich finde es lustig. Es ist jetzt aber für mich kein super Riesending, aber es ist gut, ich würde ihm eine 7 geben. Du meinst, der Mind wurde nicht geboggelt? Der Mind wurde nicht geboggelt. Es wurde ein bisschen durchgewiggelt, aber nicht geboggelt. Genau, also der Key-Faktor ist hier irgendwie, also cool wäre es gewesen, wenn es sozusagen mit dieser Zahl 10 oder was du meinst, mit 10 Fuß oder wie viel war es? 32 Fuß 0 Inch. Ja, meine ich natürlich. Wenn es damit noch irgendwas bei all diesen Performance gegeben hätte, dann wäre das nochmal so ein kleiner Twist gewesen, aber so würde ich auch so 6 Punkte geben. Dann bleiben wir bei räumlichen Strukturen und kommen zum nächsten. Und zwar gibt es den Anti-Pavilion, also den Anti-Pavillon. Das ist ein Kunstkollektiv aus London und die haben unter anderem diese fancy Installation gebaut, die soll herausfordern, was das Baurecht so zulässt, nämlich ist es, also oben auf einer Dachterrasse haben sie ein HVAC gebaut. HVAC heißt auch die Installation, also ein Lüftungsausgang von einem Belüftungssystem, der sieht nach Industrieanlage aus, ist aber von innen ziemlich gemütlich gestaltet mit Sitzgelegenheiten und Kissen. Und die Idee ist, dass in London Dachterrassen gebaut zu bekommen sehr schwierig ist und viele Genehmigungen braucht. Und deswegen haben sie diese Dachterrasse in disguise gebaut, also dass man sein Haus um eine versteckte Dachterrasse erweitern kann. Und das Kollektiv generell beschäftigt sich mit, wie kann man mehr Gestaltung im öffentlichen Raum einnehmen. Und das hier ist jetzt auch der Übergang, um zu den Anti-Pavilion zu kommen. Aber ich finde, das ist schon sehr gediegen, also dass man sich eine Architektur raussucht, die sonst immer übersehen wird, also ausgesprochen hässlich, aber halt so zu den notwendigen Übeln einer Großstadt zählt. Und dass man dann versucht, diese Optik zu imitieren und es aber schön zu benutzen. Die Leute vom Anti-Pavilion-Kollektiv sind vermutlich mehr bekannt für das Kunstwerk, über das ich mit euch reden möchte, nämlich Sharks, Ausrufezeichen. CGP Grey hat dazu auch ein Video gemacht. Habe ich auch gesehen, ja. Das hier ist Sharks. Auf dem zweiten Foto sieht man übrigens neckisch im Hintergrund den H-Vac über das Gebäude Lug. Und Sharks ist eine Skulptur von Haien, fünf Stück, die sollen realistisch sein. Ich finde, sie sehen ein bisschen angeditscht aus, aber in der Beschreibung des Kollektivs selbst sind es realistische Haisskulpturen, die aus der Themse rausspringen. Also alle Haie sind so, bei Menschen würde man sagen, bis zur Hüfte, also unter die Seitenflossen dargestellt, sodass die Köpfe aus dem Wasser gucken, als würden sie gerade rausschnappen. Und sie haben das Maul aufgerissen. Diese Haie sind auf kleinen schwimmenden Inseln und sie waren ursprünglich mal direkt neben den Gebäuden von Anti-Pavilion aufgestellt, wurden dann immer mal wieder umgezogen. Es gibt eine lange Rechtsstreitigkeit, die man auf ihrer Website auch gut nachlesen kann, wann und wo sie die Haie umplatzieren mussten, weil sie keine Genehmigung dafür hatten. Und sie sagen, die Haie sollen aufmerksam machen auf den Ausbruch aus dem Mahlstrom of Missibility und sie sollen etwas gegen das Hipstertum ein Zeichen setzen. Das halte ich aber alles nur für Vorwände, denn eigentlich glaube ich, dass sie weiter im Shark-Theme bleiben wollen. Und die Briten haben dann nämlich eine länger laufende Geschichte mit Dingen, mit Haien. Und also Sharks hier als Kunstwerk, das medial mittlerweile gut begleitet wird. Jedes Mal, wenn es wieder so halblegal aufgebaut wird, gibt es Leute auf Reddit, die sich darüber sehr freuen, dass Sharks wieder performt. Aber also es ist eine indirekte Hommage an den Haddington Shark. Ich weiß nicht, kennt ihr den Haddington Shark? Nee, also des Sharks kannte ich, aber Haddington Shark sagt mir erstmal nichts. Sagt mir auch nichts? Der Haddington Shark ist, also ich kannte ihn vom Sehen, mir sagte der Name nichts, ist ein ziemlich brachial großer Hai, der senkrecht in ein Gebäude reinschaut. Also er ist mit dem Kopf versenkt in ein normales britisches Reihenhaus. Praktisch. Kurz, Zahlen, Daten, Fakten. Der Haddington Shark ist 1986 gebaut worden und eingeweiht worden 40 Jahre nach Nagasaki und dem Abwurf von Fat Man, der zweiten Atombombe, die Amerikaner auf Japan geworfen haben. Und der Erbauer des Hais hat den nicht aus Höchst und Dollerei gebaut, sondern er ist ein Radiomoderator, der sich darüber beschwerte, dass die Amerikaner auf Libyen Bomben abwerfen. Und deswegen hat Bill Hain, der Radiomoderator, als Symbol für eine Bombe schlägt in ein Haus ein, diesen Hai gewählt und auf sein Haus montiert. Und es soll die Brutalität zeigen von, es fällt etwas aus dem Himmel und schlägt in dein normales Leben ein und dann halt hier symbolisch einen Hai benutzt. Er hat ursprünglich auch ohne richtige Baugenehmigung gebaut und mittlerweile ist aber das ganze Teil von Oxfords Kultur, Stadtgeschichte, dass er dann eine Hai genehmigung bekommt. Der ist 7,6 Meter lang und wiegt, und jetzt, ich liebe ja die Briten für ihre Spaß- und Quatscheinheiten, er wiegt vier Long Hundred Weights, also vier lange 100 Gewichte. Jeder kann sich's vorstellen. Das ist schwer. Ja, also es ist sogar viermal ein langes 100 Gewicht schwer. Für alle, die nicht vertraut sind mit den imperialen Einheiten, es sind 200 Kilogramm. Also wie viele Steine sind das dann? In Stones, ich glaube in Stones sind 50 Kilo, aber ich kann mich auch irren. Also die Briten haben einfach die besten Maßeinheiten. Ja, die sind am logischsten. Es sind 31,4946 Stone. Genau. Und also dafür, dass es fast acht Meter groß ist, finde ich 200 Kilo gar nicht mehr so üppig, wenn ich drüber nachdenke. Also er könnte entspannt neben dem Orbitrad stehen und das Orbitrad wäre größer. Naja, auf jeden Fall, die Anti-Pavilion-Aktion ist angelehnt an den Heddington Shark. Und der Heddington Shark ist mittlerweile auch ein bisschen in die Jahre gekommen, wurde zu seinem 21. Jahrestag mal restauriert und ist, ja, wie gesagt, mittlerweile erlaubt. Es ist 1986 errichtet worden. Und ich finde es super cool, dass im ersten Moment, als ich diesen Hai sah, ich mir dachte, das ist einfach so Quatschkunst. So jemand hat eine Skulptur gebaut und auf sein Haus geklebt. Und ab dem Moment, wo man dann mitbekommt, da steckt eine Ebene hinter und der Hai ist hier symbolisch für, also der Superpredator ist hier symbolisch für eine Bombe schlägt in dein Haus ein. Fand ich sehr drastisch und auch sehr gut, vor allem, weil es in so einem mustergültigen britischen Vorort gebaut ist und da dann doch sehr aus dem Stadtbild rausfällt. Ja, ich bin ein großer Fan von unangemeldeter Hai-Kunst. Ja, das ist ja auch oft das Schöne sozusagen bei Kunst, bei bildender Kunst, dass es eben nicht so einfach ist, wie es aussieht. Und also, dass man ganz oft die zweite Ebene und die dritte Ebene viel interessanter sind, als einfach nur, haha, lustig, ein Hai. Wobei auch das schon nicht schlecht ist. Das stimmt. Also, da habe ich mir auch schon gedacht, Mann, oh Mann. Aber so ist es. Es hat mich halt auch direkt an Sharknado erinnert. Ähm, aber man muss halt auch echt sagen, dass, ähm, gerade die Haie vor dem Gebäude, die sahen auf einmal sehr viel anders und sehr viel echter aus, als die, äh, anderen Haie, die man hier, äh, als Kapitelbild vielleicht auch gesehen hat. Ähm, und kann sein, dass die Photoshop sind? Nee, das sind dieselben Haie. Also, die sind auf so Schwimminseln. Ah, okay. Das mit dem Wasser meinst du? Ja, das, das hat Gischt, die ist sonst nicht da, aber, also, die Heißkulturen sind, glaube ich, dieselben und die sind dann einfach nur in die Jahre gekommen. Mhm, mhm. Aber ja, also, die, man muss halt echt sagen, dass die, die, die Nachmachung sozusagen, die, die kommt nicht so richtig ans, ans Original ran. Und in dem Originalen wäre das so, so ein bisschen merkwürdig. Jetzt mit dem Hintergrundwissen, ähm, ist das natürlich wieder was, was ganz anderes. Also, ich finde erst mal, die Idee von Ante Pavilion, dass sie Dinge machen, die verboten sind, aber die Öffentlichkeit unterhalten sollen, wie den, äh, Exhaustion-Fan, in dem man dann entspannt rumsitzen kann. Oder die, ähm, halt die Haie, die mittlerweile ein bisschen Kultstatus erreicht haben. Das finde ich erst mal eine sehr gute Sache, so in den öffentlichen Raum einzugreifen, ohne ihn kaputt zu machen, sondern einfach, um ihn zu bespielen. Und, ähm, ja, ich finde die Drastik bei dem Haddington Shark, der in das Gebäude reinzimmert, deutlich höher. Aber ich finde cool, dass es so einen, einen Bogen zwischen den beiden gibt, dass sie nicht kontextlos jemand sich gedacht hat, ich mach hier mal ein paar Haie. Quasi britische, britische Kunstgeschichte. Wobei, Ante Pavilion kommen mir halt fast eher wie, also weniger wie Künstler, mehr wie so Guerilla-Architekten vor. Also was ja sicherlich auch eine Kunstform ist, aber, äh, irgendwie so eindeutig dem, dem Architektur-Thema zusammen, in Kombination mit diesem öffentlichen Raum-Erlaubnis-Thema irgendwie kombiniert. Ähm. Kommt mir von der Ausrichtung her irgendwie auch nochmal anders vor, als dieses, als dieses Skulpturale. Weil der Haddington Shark, soweit ich das verstehe, ist im Prinzip erstmal nur eine Skulptur. Mhm. Äh, während bei den Haien spätestens jetzt mit der ganzen Geschichte, diesen ganzen Umzügen und so, ja, dieses ganze rechtliche Thema auch Teil des Werkes ganz eindeutig ist. Ja, also. Und das war, glaube ich, bei dem Haddington Shark weniger wichtig, aber, ähm, ja, ich finde es auch schön, dass da, dass da angeknüpft wird, so. Und auch der, der, ähm, der H-Wack ist auf jeden Fall eine lustige Sache, wobei, wie gesagt, das fällt für mich schon fast eher so in diese, in diese Architektur-Welt mehr rein. Mhm. Beides eigentlich. Ja. Also, ich hab mir gedacht, bei dem H-Wack, ich finde den jetzt als Einzelnen ganz cool. Ich hatte ein bisschen die Befürchtung, dass wenn sie da tatsächlich einen Loophole finden und Leute das viel nachbauen, also, er sieht halt unauffällig aus, weil man sich daran gewöhnt hat, dass in Städten Dinge sind, die so grottenhässlich sind. Und, ähm, da, also ich hoffe, die nach... Das ist halt irgendwann voll mit den Dingern, also mit den Fake-Dingern, ja. Aber das ist ja, das ist ja natürlich das Ziel von sowas, irgendwie so eine, so eine Diskussion an, anzuregen und die kommt mir dann halt so vor, als ob diese beabsichtigte Diskussion dann aber, äh, sofort nicht, also eigentlich nicht in irgendeinem Kunstkontext steht, sondern tatsächlich auf einer Architekturtagung geführt wird. Mhm. Was aber ja, wie gesagt, an sich keine Kritik an dem, an dem, äh, an der Aktion oder an der, an der Arbeit ist. Mhm. Also, ich würde dem Haddington Shark acht von zehn fallenden Haien geben. Ja, würde ich auch. Ja, ist die, ja, genau, auf jeden Fall alleine schon, weil es Haie sind und mit dem Hintergrund. Die Frage ist, ähm, was geben wir der anderen? Also, vielleicht würde ich dem Haddington Shark sogar acht Komma fünf geben und dafür würde ich den, äh, Sharks, äh, würde ich, glaube ich, sechs geben, weil ich schon, äh, einen Punktabzug geben würde für, ist eigentlich keine bildende Kunst. Mhm. Mhm. Also, ich würde sogar fast den Sharks selbst, also, als Skulptur eher nur fünf geben, sind ja auch nur fünf Haie, aber mit der Drumwum-Geschichte, mit dem Papierkrieg, gebe ich dir recht, also, ich kann die sechs nachvollziehen, das ist ja mittlerweile durch seine Existenz wieder ein Kunstwerk geworden, also nicht nur durch sein Konzept, sondern auch durch die Kontroversen drumherum, ähm, ja, sechs Punkte kann man da durchaus vergeben. Mhm, dem kann ich mich nur anschließen. Und der HVAC ist für mich in der ähnlichen Kategorie sechs Punkte, pfiffige Idee, aber ich hoffe, es macht nicht zu sehr Schule. Ähm, ja, ich, ich begrüße aber, dass Leute diesen Quatsch machen, vor allem, hätte ich euch zuerst das Bild mit den Haien vor dem HVAC gezeigt, dann hätte ja niemand gesagt, das ist aber eine gemütliche Dachterrasse, die sie da oben versteckt haben. Das stimmt, ja. Also das, wie gesagt, das, das fällt für mich, ähm, der HVAC fällt für mich eigentlich aus dem, aus dem, aus dem, der fällt für mich aus der Kunstwelt ganz raus. Ich finde es aber eine gute, lustige Idee, ähm, prinzipiell, wie gesagt, für mich ist es eigentlich eine, ja, eine Design-Architekturaktion kombiniert mit der, mit einem, mit, ich sag mal, Aktivismus, Architekturaktivismus. So, deswegen kann ich an dieser Stelle, weil ich bin ja Kunsthändler und Galerist und kein Architekt, Architektist, heißt es, glaube ich, ähm, dementsprechend kann ich da leider keine Punkte vergeben, weil ich kenne mich nicht aus. Genau, Architektist ist jemand. Genau, kein, kein Jurist, das wäre ja auch sonst die Voraussetzung dafür, Stadt, Stadtplaner oder so. Kein Arzt, kein Anwalt, keine Aktientipps. Genau. Und, äh, wenn ich, falls ich im Laufe dieser Sendung, ähm, äh, Investment empfehlen sollte, möchte ich darauf hinweisen, dass man dabei natürlich Geld verlieren kann und dass man das nicht als, äh, dass sich nicht haftbar gemacht werden möchte dafür. Ist auch nochmal wichtig, das hatte ich jetzt vorhin vergessen, das muss ich ja eigentlich immer am Anfang sagen, natürlich. Bei Risiken und Nebenwirkungen, äh, fragen Sie Kunsthandelschneiders. Ähm, genau. Ja. Basti, HVAC? Ähm, also mir, natürlich, äh, würde ich, also muss Johnny auf jeden Fall zustimmen, dass es, so ein bisschen mehr Architektur und, äh, Aktivismus ist. Ähm, allerdings muss ich sagen, so, also generell, diese Art von Aktivismus ist schon irgendwie, schon irgendwie Kunst, sehr kreativ sozusagen, ähm, zumindestens. Ähm, von daher würde ich wie bei den, ich muss etwas mehr Punkte als bei den Haien geben, also würde ich sieben von zehn Punkten geben. Alles klar. Ich hatte bei den Haien überlegt, ob ich ihn mit in die Sendung reinhole, aber er wird in einer zukünftigen Sendung kommen, weil er so ein ähnlicher, ähm, Behemoth wie die Frau Abramowitsch ist, nämlich Damien Hirst, der unter anderem ja einen Hai in Epoxy eingegossen hat. Und über Damien Hirst und seine Haie werden wir in einer anderen Sendung reden. Ich stand auch mal zwischen einer Kuh, die er geteilt und in Epoxy eingegossen hat. Habe ich gerade überlegt, ob er auch mal einen Hai in Scheiben gemacht hat, aber ich glaube, die, das war die Kuh nur, ne, die er dann zerlegt hat. Er hat sehr viele Kühe. Also bei dem Versuch rauszufinden, wie das Werk hieß, zwischen dem ich stand, war ich dann schockiert, wie viele Kühe er in seiner Karriere halbiert hat. Ja, ich glaube, es gibt da auch verschiedene Versionen, also welche, die aus mehr Teilen und weniger Teilen bestehen. Ja, aber über Damien Hirst reden wir nicht, das wird in einer anderen Kunstfolge passieren. In der Damien Hirst Sonderfolge. Genau, im Damien Hirst Podcast, das Spin-Off. Aber ich habe für euch jetzt die, das deutsche Äquivalent zur Architekturkultur dabei. Und zwar war es so gewesen, dass ich auf dem Geburtstag einer Freundin eingeladen war in Darmstadt, äh Quatsch, nein, in Kassel. Und Kassel, wissen wir ja alle, Heimatstadt der Documenta. Und wir liefen... Rest in Peace. Ja, Rest in Piss. Und wir liefen, wir liefen durch Kassel und es war spät geworden, weil sie sehr vorausdenkend und sehr freundlich war, hatte sie allen Freunden, die von weiter weg ankamen, angeboten, dass man in einem Airbnb übernachten könne, damit wir nicht wie zu studentischen Zeiten mit sechs Isomatten alle in ihrem zu kleinen WG-Zimmer übernachten. Und dann waren wir um ein Uhr morgens, also es war dunkel und nachts, auf dem Weg von ihrer WG zu diesem Airbnb und liefen unter anderem unter einem Laserstrahl lang. Als extremer Fan von Futurismus war ich ja beim Laser auch schon mal wieder interessiert. Und stellt sich raus, der, also ich dachte, das ist irgendwie sowas von, da oben ist ein Kabel, das zufällig beleuchtet ist oder da hat ein Baukran irgendein Signallicht zu einem anderen Baukran. Mir kam gar nicht die Idee, dass das Absicht sein könnte, bis sie dann erzählte, dass das aus der Documenta 6 noch ein Relikt ist von 1977. Und dann habe ich mir das mal... Sagen, die 6 ist schon ein paar Tage länger her. Ja, da habe ich mir das mal angeschaut und war sehr beeindruckt davon, denn über Kassel gibt es mehrere historische Orte, die mit Lasern verbunden sind. Diese Laser sind, also es gibt zwei große Laser, die auf die Gebäude scheinen und auf den Gebäuden sind dann entsprechend Spiegel und Prismen, die den Laser so verteilen, dass er auf andere Gebäude leuchtet. Und gebaut wurde das Ganze von Horst H. Baumann und der ist 1934 geboren in Aachen. Grüße gehen raus an Malik und die Kaiserstadt. Und der hat für die Documenta mit damals noch zwei sehr aufwendig teuren, viel Energie fressenden, neuwertigen Lasern diese Installation gebaut, mit der die Laser dann fast 8 Kilometer Strecke abdecken konnten. Und er ist 2019 in Düsseldorf gestorben, aber sein Kunstwerk lebt weiter. Das Kunstwerk kam nämlich nach der Documenta so gut an, dass es immer mal wieder angemacht wurde. Dann gab es zwischendurch Diebstahl, der es kaputt gemacht hat. Dann hat die Bürgerschaft gesagt, zusammen mit der Stadt, wir wollen das aber weiterhin, dass hier jeden Samstag nach Einbruch der Dunkelheit diese Laser, die historischen Gebäude der Stadt Kassel miteinander verbinden. Und deswegen wurden 7325 Lasermeter verkauft. Ein Lasermeter ist also ein Meter der Strecke, die sie da leuchten. Und man konnte in der Bevölkerung ein Lasermeter kaufen. Und die kosteten 10 Euro, einen Lasermeter zu kaufen. Es gibt ein Luftbild mit dem entsprechenden Lasermeter, den man da gekauft hat, für 5 Euro extra. Und wenn man ganz verrückt ist und 20 Lasermeter kauft, dann, nee, 200 Lasermeter kauft, dann bekommt man eine Skulptur von einem Laserlichtspiel für den Privatgebrauch. Also das ist so ein Tischspiel, eine Tischskulptur. Und man kann lustige, lustige Dinge zu dieser, die Bürgerschaft sammelt, Geld und den Laser zu kaufen. Es hat gekleppt, sie haben alle Lasermeter verkauft. Der Laser wird jetzt von einer Solaranlage, werden Batterien geladen, die ihn nachts betreiben. Und man hat die 500 Watt Laser, die in der ursprünglichen Installation waren, mittlerweile durch zwei sehr viel kleinere ausgetauscht, die jeweils 15 Watt brauchen. Also wir sehen, in 50 Jahren Lasertechnik hat sich da doch ein bisschen was getan. Und man hat ursprünglich, um die Laser zu kühlen, drei Kubikmeter Wasser gebraucht, um genug Kühlflüssigkeit oben zu haben, dass die Laser nicht durchbrennen. Und mittlerweile können die komplett passiv über Alu-Kühlkörper gekühlt werden. Und ich muss sagen, ich fand das irritierend, beziehungsweise ungewohnt, als ich es das erste Mal gesehen habe. Aber unterm Strich dann doch sehr cool, dass sie so ein Netz über die Stadt legen. Es hat mich als Ingress-Spieler sehr daran erinnert, wie man in Ingress wichtige Orte miteinander verbindet. Ich wollte gerade sagen, dass mich das auch so ein bisschen daran erinnert. Und jetzt hat man hier mit Lasermetern verbunden, diese Gebäude. Das ist übrigens die Maßeinheit der Zukunft auch. Lasermeter. Ich wollte gerade sagen, man sollte die Briten mal fragen, ob die nicht irgendwie ein bisschen zukunftsorientiert denken wollen. Das mit dem Meter wird sie wahrscheinlich abschrecken, aber vielleicht kann man in Lasers einfach in Zukunft messen. Ja, genau. Dann können wir irgendwann angeben, dass der Haddington Shark ist vier Long Hundred Weights schwer, aber er ist 7,6 Lasermeter lang. Ja, das wäre perfekt. Genau, dieses Kunstwerk als Stadt überspannend. Und als temporäre Installation kann ich mir das auch wirklich für viele Orte vorstellen. So als Dauerinstallation weiß ich nicht, hat sich der Charme vermutlich irgendwann abgenutzt. Aber ich fand es doch sehr geckig zu sehen und es bringt nochmal einen anderen Bezug. Also man läuft einfach nur nichtsahnend durch Kassel und ist kunstausgesetzt. Und das fand ich ganz schön als Teil von öffentlich zu bestaunende, öffentlich besessene Kunst. Und ja, deswegen dachte ich, bringe ich euch die, also es heißt Laserscape, was ein richtig futuristischer Name ist, wegen Landscape, die Landschaft und Laser. Ziemlich cyber. Ja, und ja, die Laserscape aus Kassel. Ja, finde ich, sieht gut aus. Wenn du mal in Kassel, also an dem Abend hast du da sozusagen nur den Laser gesehen, der vom Boden Richtung Gebäude ausstrahlt oder konnte man sozusagen auch das zwischen den Gebäuden überhaupt sehen? Der Laser. Oder ist das sowas, was man nur bei bestimmten Wetter sieht? Der Laser sitzt oben hoch in einem Gebäude und ist so auf zehn Metern über der Straße, verläuft er. Und also wie gesagt, im ersten Moment dachte ich, das ist irgendwie von zwei Baukränen oder so oder ein Kabel. Und dadurch, dass Kassel in seiner Architektur ein paar große Sichtachsen hat, über die dann dieser Laser spannt, kannst du sehen, welche Gebäude miteinander verbunden sind. Okay. Aber wie gesagt, er ist sieben Komma irgendwas Kilometer lang, beziehungsweise 7300 Lasermeter. Und dementsprechend, ich habe bei weitem nicht alles davon gesehen, sondern ich bin so an einem 200 Meter Stück davon langgelaufen auf dem Weg zum Airbnb und dachte mir, ach verrückt. 200 Lasermeter Stück. Genau. Wahrscheinlich. Okay, cool. Ich finde es vor allem für 1977, für Dokumenta 6 finde ich es krass. Also das dann zu aktualisieren, zu modernisieren mit moderner Technologie ist ja im Prinzip nur die Erhaltung des Werkes. Es verändert das Werk erstmal nicht. Für 1977 finde ich es krass. Heute halt nicht mehr ganz so verrückt. Deswegen würde ich nur 5 Punkte geben, aber 5 Punkte sind auch nur 3. Also bitte nicht traurig sein. Wie heißt er? Ich hatte ihn hier auch eben gerade. Braumann. Herr Dr. Braumann im Himmel. Machen Sie sich nichts draus. Also ich würde sagen dadurch. Befriedigend für mich. Ja, für mich ist es schon sehr befriedigend. Wie gesagt, ich ging drunter vorbei und dachte mir, ach verrückt. Das ist ein Gedanke, den ich bei viel so anderer Kunst, die einem im Straßenbild begegnet, nicht habe. Also wenn ich. Ja, vielleicht muss ich es auch mal in echt sehen. Also vielleicht muss ich eine Exkursion machen. Genau. Und es muss Samstag und Abend sein. Ja, okay. Ja, klar. Und also wenn ich an anderer Straßenkunst vorbeikomme, so Skulpturen auf Kreisverkehren und so, dann denke ich mir in der Regel nur, es ist gut, dass die Stadt auch einen lokalen Künstler mit Geld versorgt hat, weil nur von dieser Skulptur allein könnte er sonst bestimmt nicht leben. Ja, sehr häufig sieht man sowas und denkt, ja, von allen Skulpturen, die ich jemals im öffentlichen Raum gesehen habe, ist diese eine davon. Ja, exakt. Also wir haben hier im Ruhrgebiet ein paar Kreisverkehre, auf denen steht als Skulptur für die Rohstahlindustrie, die hier war, einfach große Mengen an Rohstahl. Und ich muss sagen, das ist schon gar nicht so hübsch. Also das ist, da gehe ich dran vorbei und denke mir, ach so, Kunst. Und hier bin ich drunter hergegangen und dachte mir, ach verrückt. Und das ist dann für mich definitiv sechs Laserpunkte. Dem würde ich mich anschließen. Ganz schön Laser. Laser. Endlaser, alles mit Laser immer gut. Laser sind richtig toku. Also Laserhaie, die würden es natürlich toppen, die würden direkt neun Punkte kriegen. Ja. Aber vielleicht kommt das noch. Haie mit Lasern, die sie aus ihren Augen schießen. Hat mir dann nur für die Barsche gereicht. One Million Dollars. So, nach dieser Referenz auf Austin Powers kommen wir zum nächsten Künstler. Ich bitte euch, den Link zu klicken. Von Max Siedentopf. Oder Sidentopf, ein Amerikaner. Max Siedentopf ist kein Amerikaner, sondern hat deutsche und namibische Wurzeln. Und das Bild, das in der Vorschau lädt, finde ich, ist auch schon großartig. Und zwar hat er eine Axt gebaut aus einem Holzgriff, Panzerband und einem Nokia-Telefon. Denn wir alle wissen, nichts ist stoßresistenter als ein Nokia-Tastentelefon. Das ist die effektivste und härteste Axt. Ja. Oder Hammer. Ich würde gerade sagen, ich hätte es eher als Hammer irgendwie identifiziert. Hätte ich auch auf den ersten Blick gedacht. Aber so wie das Telefon gelagert ist, also mit der oberen Kante deutlich weiter weg, ist es wohl eher eine Axt, also eine Waffe. Das Kunstwerk heißt aber Sledgehammer. Ah, okay. Vorschlaghammer. Ja. Und also in der Website, die ich euch gerade verlinkt habe, da sind noch andere Kunstwerke. Zum Beispiel ein Fidget-Spinner, an dem Rasierklingen montiert sind. Oder eine Peitsche aus alten Netzwerkkabeln. Ich würde gerade sagen, also das ist das, was ich als Lard kenne. Ich weiß nicht, ob das noch jemand kennt. Und nein. Das ist, ich suche gerade den Begriff dafür. Aber das habe ich, es gibt auch hier so mehrere Webseiten, in denen man so Nerd-Geschenke für Nerds kaufen kann. Uff, ja. Und ähm. Immer episch. Get Digital ist zum Beispiel eine davon. So, da gibt es, kann man zum Beispiel die Lards kaufen. Und das ist sozusagen eine Netzwerkpeitsche mit Cut-5-Enden. Ich hoffe, euch ist beim Scrollen auf der Website aufgefallen, dass der Maus-Cursor keine Maus mehr ist. Für ein Fisch-Cursor. Mir fehlen ein bisschen die Laser, aber ist eine geile Idee. Dann haben sie hier die Apple Mighty Maus beklebt mit, ähm, mit, wie heißen die denn, mit Pin, äh, wie heißen die, Reißzwecken oder Heftzwecken. Ähm, also, das ist zu einer Art Morgenstern beklebt worden. Er hatte ein Deo mit einem Feuerzeug, das dran geducktailt wurde, als Flammenwerfer. Und was, äh, danach hier, äh, aus den Big-Kugelschreibern einen Schleuder gebaut. Das ist einer CD, einen Ninja-Stern rausgestanzt, ein Lineal mit Nägeln. Und was auffällt, wenn man sich so die ganze Kunst von ihm anschaut, auch das MacBook als, äh, Body-Shield mit zwei Griffen dran, ähm, das sind alles Alltagsgegenstände, die zu Waffen umgebaut wurden. Alltagsgegenstände aus dem Schulbetrieb. Und, ähm, er hat ein, eine Philosophie dazu, die steht auch oben auf der Seite. Und zwar, also, er macht aus Everyday-Items macht er Waffen. Und dann sagt er dazu, not long ago, children were playing with homemade guns, swords and all kind of other weapons. We were shooting our friends and were trying not to be killed by them. However, in recent years, this has changed drastically. Most shootings in schools have transformed our relationship with guns and weapons to the point where schools are being outfitted with metal detectors and teachers are allowed to carry guns in class. because any child could be the next mass murderer. Und, ähm, das Kunstwerk, das er da geschaffen hat, Tools to Secure School Safety and Security, ähm, ist darauf angelehnt, zu zeigen, dass das Verbieten von, äh, Waffen als Gegenständen im kindlichen Alltag überhaupt nichts bringt, weil Kinder aus allem und vor allem im Spiel eine Waffe machen und, äh, kritisiert auch das. Und das ist ja wirklich ein Ding. Es gibt US-Schulen, wo du nur mit transparenten Rucksäcken oder mit Plastiktaschen dein Schulzeug reinbringen darfst, damit die möglichst einfach von Guards gecheckt werden können. Und, ähm, also es gibt völlig absurde Fotos, wo Schlangen an Kindern vor der Türkontrolle stehen und sie haben durchsichtige Rucksäcke, damit man sehen kann, dass im Rucksack keine AR-15 versteckt ist. Ähm, was dazu geführt hat, dass es, äh, Schüler gab, die dann auf Reddit rumgingen, weil sie ihre Schulbücher in einer Mikrowelle zur Schule getragen haben. Und, ähm, das ist ja, hat ja ein transparentes Fenster, da kann man reinschauen und das ist möglichst nervig beim Metal-Detektor, ähm, wenn da jemand die Mikrowelle reinlegt. Außerdem waren dann in der Verschalung der Mikrowelle natürlich die Teile versteckt, um die AR-15 zusammenzusetzen. Und ich musste vor allem an jemand anderen denken, nämlich Evan Booth. Evan Booth ist, ähm, macht Pentesting, also ist von Beruf Penetrationstester im, ähm, Cybersecurity-Bereich. Und der ist mir damals aufgefallen, weil Weiss einen Artikel über ihn hatte, ähm, mit den immer stärker werdenden TSA-Regulationen, also die Transport Security Agency, die, äh, die Flughäfen in den USA sichern und alle, die in die USA reinfliegen wollen, müssen TSA-Compliant sein. Die haben immer mehr Vorschriften gegeben, also, dass man den Nagel, die Nagelschere abgeben muss, weil sie eine Schere ist. Und so am Flughafen ist, naja, halte ich für, ähm, übertriebene Sicherheitsregularien, so auch Evan Booth. Und er hat sich zur Aufgabe gemacht, aus Dingen, die man nach dem TSA-Check in den U2-Free-Shops kaufen kann, hochkomplexe Waffen zu bauen. Und, ähm, hat, äh, mein Lieblingswerk von ihm ist eine Keule, die er gebaut hat, aus einem, äh, Nietengürtel. Johnny als, äh, äh, der Vertreter für... Als Rocker. Als Rocker, als, äh, Rock-Emo-Punk-Representer hier in der Runde. Also, es gibt ja diese, diese großen, stachligen Arm- und Halsbänder und auch Gürtel. Und daraus, zusammen mit ein paar Illustrierten, hat er eine mächtige Keule gebaut. Ähm, aber nicht nur das, er hat auch aus anderen Dingen, aus Deos, die man kaufen kann und so weiter, auch Flammenwerfer gebaut. Und an ihn musste ich denken, als ich die, äh, Kunst von Max Sinentopf gesehen habe, der ja auch aus Everyday-Items Waffen baut. Naja, das ganze Konzept dahinter ist halt dieses Sicherheitsballett, durch das wir mittlerweile durchgehen und das wir akzeptiert haben, dass wir alle keine Nagelscheren dabei haben und keine Flüssigkeit über 100 Milliliter unter der Argumentation, es könnten schreckliche Dinge passieren, wenn jemand 120 Milliliter dabei sich hätte. Und dass dann Leute hingehen und das mal herausfordern, indem sie aus Gegenständen, die nicht verboten sind, Waffen bauen, die definitiv, äh, Gefährdungscharakter haben, um zu sagen, eure Regeln funktionieren nicht. Das, äh, finde ich sehr begrüßenswert und, äh, really makes you think. Mhm. Finde ich auch. Also ich, ähm, ich kannte eine Arbeit von, von Max Sinentopf, ähm, und zwar, ähm, auf der Seite gibt es die Arbeit Don't Worry, Be Happy, die hatte ich gesehen. Äh, da hat er in Berlin eine Installation gemacht mit so, ich weiß gar nicht, woher bestehen die denn eigentlich aus Silikon, ähm, mit so Armen, die quasi in einem Pool, aus einem Pool rausgucken und, äh, den Daumen nach oben machen, also alles ist klasse. Also das, das fand ich auch, fand ich auch sehr gut und diese, diese, ähm, sozio-, soziokulturellen Kommentarcharakter von vielen seiner Arbeiten, das ist schon, das ist schon gut. Mich erinnert er ein bisschen jetzt in anderen Arbeiten, wo es um so hyperreale Skulpturen geht, an, äh, ähm, Katalan, wie heißt er? Ähm, ähm, ja, 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 hab ich, hab ich, hab ich, äh, kommt, kommt noch vor. Maurizio Katalan. Genau, Maurizio Katalan kommt noch vor. Ja, okay. Ähm, nee, und, äh, die, die, also die, ich weiß gar nicht, ob du es gesagt hattest, aber diese Dinger, diese Werkzeuge, diese Waffen, heißen ja Tools to Secure School Safety and Security, sind natürlich auch so schön, schön mehrdeutig, ne, weil im Prinzip stellen sie ja die gleiche Frage, wie diese Aktionen aus den Duty-Free-Lähnen quasi, also, ist da ja auch drin eingebaut, okay, wenn das Werkzeuge sind, um die Sicherheit in der Schule zu gewährleisten, weil du dich damit vielleicht gegen den Amokläufer wehren kannst, äh, ist halt die Frage, ob der Amokläufer sich nicht auch an den Netzwerkkabelpeitsche baut. Ich finde übrigens lustig, wie, wie unterschiedlich gefährlich die sind, also. Ja, ich wollte gerade sagen, also, es ist irgendwie auch so ein bisschen amerikanisch, oder? Also, ähm, klar, sind das irgendwie in einer, einer Hinsicht zu irgendwie Waffen, ähm, aber genau mit unterschiedlichen Härtegraden, sage ich jetzt mal, und dann halt kann auch teilweise auch dieser Fidget-Spinner mit Rasier klingen, das ist ja jetzt schon mehr als, so ein Alltagsgegenstand, und das dann wiederum zu vergleichen mit halt, keine Ahnung, einer AR-15 sozusagen, ist, es ist so ein bisschen amerikanisch. Genau, ich mag, ich mag auch die Idee dann quasi, dass man sagt, äh, also, jetzt kommt ihr mit dem Sturmgewehr rein beim Amoklaufen, du baust dir dann halt aus deinen 3B-Kugelschreibern eine Schleuder und schießt dann irgendwie wahrscheinlich mit dem Radierer auf den, so als, ähm, als ein Werkzeug, das deine Sicherheit garantiert. Finde ich schon, finde ich schon sehr gut. Also, wir brauchen, wir brauchen sowieso einfach mehr Waffen, um mehr Waffen zu bekämpfen. Ja, ja. Ist der richtige Ansatz. Wir brauchen einfach noch mehr Waffen. Und ich habe zuerst gedacht, naja, es ist eine gute Idee, es ist eine lustige Idee und er hat das dann so auf, ähm, auf, so ein Dutzend oder was ist es, Objekte angewendet. Ähm, aber wenn man guckt, was er sonst macht, äh, ist, ist, ist eben auch lange nicht seine einzige Idee und das, äh, verstärkt dann diese Idee auch wiederum, dass sie in einer gewissen Konsistenz sich befindet. Ich habe jetzt, nachdem du von seinen anderen Artworks sprachst, gesehen, dass ich sie mir gar nicht alle angeschaut hatte und ich muss sagen, ich bin begeistert. Ich habe euch gerade das, äh, Werk Disappointment in den Slack getan. Disappointment ist die Skulptur einer Giraffe und, ähm, sie trägt um den Hals eine Schlinge, als wolle sie sich erhängen, aber sie ist halt so groß, dass es ihr nicht wirklich was ausmacht. Mist. Also er hat schon Sachen, das ist auch ein bisschen katalarmäßig, aber er hat auch wirklich so Sachen, also How-To ist auch eine gute Reihe. How to keep your loved ones safe, was dann einfach ein Donut ist, der mit einem Fahrradschloss festgemacht ist, also was heißt festgemacht? Also, ja, gesichert ist, ne? Und solche Sachen, ähm, oder, ähm, How to be fancy, eine Becksdose mit einem Halter aus Duct Tape. Form follows functions sind, ähm, Kleidungsbügel zum Aufhängen, die an einem, äh, Kreuz hängen. Also, ich finde auch, viele von diesen Kunstwerken haben so immer, ähm, keine Ahnung, findet man so den Sinn dahinter auch in heutigen Memes wieder, so wie zum Beispiel dieses Don't Worry, Be Happy. Das hat so ein bisschen was von diesem This is Fine-Meme, wo dieser Hund in, äh, in den Feuer sitzt, sozusagen. Das, das hat immer so ein bisschen was, das sind so ein paar Elemente, die man auch in Instagram-Memes oder sowas findet. Finde ich gut. Von mir gibt's siebeneinhalb Punkte für, äh, aber nur, weil ich hart bin heute, für, äh, Tools to Secure School Safety and Security. Es gibt andere Werke von ihm, die ich noch stärker finde. Ähm, deswegen siebeneinhalb, aber, äh, weiter so, Max. Ähm, wir können froh sein, dass er, also er ist ja 91 geboren, auch mittlerweile aus allen Schulen raus sein sollte. Ähm, also ich mein, man, man hat das ja einfach in der Echtwelterfahrung mitbekommen, dass Schüler, die viel Zeit in Schulgebäuden verbringen, tatsächlich aus allem, was sie in die Finger bekommen, irgendetwas machen, womit man, ähm, die anderen Pi-Sat. Sie auf schlechte Ideen kommen. Ja. Und, ähm, dementsprechend finde ich gut, dass er das konsequent zu Ende gedacht hat. Also, ich erinnere mich auch sehr konkret, dass wir irgendwann, ähm, achte Klasse oder so, im Kunstunterricht was gebastelt haben. Und dann fing, äh, Kids an, mit der Blechschere aus dem etwas, aus der etwas dickeren Alufolie Ninja-Sterne auszuschneiden und damit nacheinander zu werfen. Äh, das war auch ein großes Hallo. Ähm, und, äh, ja, das nachdem man vorher noch die Ansage gemacht hat. Also, ich erinnere mich, wir mussten einmal alle eine Runde durch die Klasse laufen und die Schere richtig halten. Ich weiß nicht, habt ihr alle auch einen Scherenführerschein? Nee, ich hab den versucht, ich bin durchgefallen dreimal. Aber in der Theorie, oder? Ich hab immer noch Narben an den Händen. Nee, also zweimal in der Theorie und einmal in der Praxis. Und, äh, ich hab natürlich auch ein paar Übungsstunden gemacht, aber ist alles nicht so gut gegangen. Man muss ja auch immer relativ lange Pause machen, wenn man dann, wenn es einmal richtig schief geht. Also, für alle, die keinen Scherenführerschein haben, man läuft natürlich richtig mit einer Schere, indem man sie mit dem, mit dem Pointy-Ende nach unten so in der Hand hält, dass die Hand die Klingen umschließt und die Schere dabei geschlossen ist. Damit für den Fall, dass man in jemanden reinrempelt, man ihn mit dem Plastikgriff pufft und nicht die Schere in ihn reinschiebt. Ähm, ja, also, während die Schule sehr Wert darauf gelegt hat, dass wir den richtigen Gang mit... Viele Leben gerettet. ...den richtigen Gang mit der Schere üben. Also, die, die paar Führerscheine, die ich habe, das ist der Mikroskop-Führerschein, der Scheren-Führerschein und der Rollbrett-Führerschein. Also, ähm... Geil. Also, ich muss dazu sagen, hier, hier, ich komme ja aus dem Osten und hier hat man ja sozusagen den schwarzen Gürtel im Basteln. Das heißt, ähm, man lernt auf jeden Fall mit Scheren umzugehen und sich aus irgendwie ein Stück Papier noch, äh, den Trabant zu reparieren, um noch um die nächste Ecke zu kommen. Wir hatten ja nichts. Genau, wir hatten ja nichts. Tja. Also, äh, ich würde für die Everyday-Schulwaffen definitiv... Also, die sieben fühle ich sehr. Und das hat für mich auch wieder was. Es ist so nah an Internet-Meme-Kultur, der 2010er-Jahre, also als Kids endlich Kameras und, äh, Internet hatten und ihre Ideen mit ins Internet gießen konnten. So, danach fühlt es sich für mich sehr an. Aber das kann auch daran liegen, dass die Technik, die er verwendet, ein MacBook von 2009 und, äh, die Mighty Mouse und so sind, also halt Technik, die aus den 2010ern ist. Ja, das stimmt. Das datet das so ein bisschen, ja. Ja, sieben Punkte definitiv. Also, von mir würde ich jetzt für Tools to Secure School Save, die, äh, ich würde tatsächlich acht Punkte geben. Ähm, finde ich, finde ich gut. Gut durchdacht. Ja, und jetzt, wo ich sein weiteres Oeuvre gesehen habe, glaube ich, der kann durchaus noch mal vorkommen. Ich, äh, finde Disappointment doch sehr lustig. Also, es ist tragisch, aber es ist lustig. Ich habe auf der Biennale letztes Jahr, wäre gelogen, vorletztes Jahr war Biennale in Venedig, ähm, habe ich, äh, eine Arbeit gesehen von einem dänischen Künstler, also im dänischen Pavillon. Ähm, da waren mehrere, auch so hyperrealistische Skulpturen, lebensgroß von so Zentauern drin. Mhm. Und also wirklich richtig realistische Pferde, die dann eben oben zu einem Menschen werden. Und, äh, da gab es dann auch einen Raum, das, das ganze Pavillon war so ein bisschen wie so ein, wie so eine Scheune auch. Das ist so ein Rohbau und dann war der Boden eben auch voll mit Stroh und so. Und dann gab es auch einen Raum, wo sich ein Centaurer aufgehängt hatte. Also, sehr hohe Decke und dann hängt eben so ein, ein aufgehängter Mensch mit, äh, mit einem kompletten Pferd unten dran. Das war auch stark. Das war quasi die Eskalation davon. Also, äh, rein ästhetisch sozusagen, ähm, wäre das Ergebnis ähnlich gewesen, wenn die Giraffe es geschafft hätte. Kennst du den Mantower? Das ist ein Centaurer, aber umgedreht. Also, er hat einen, er hat einen Pferdekopf. Pferdekopf und einen menschlichen Körper. Also, so ein bisschen wie Bob Jack Horseman. Doof gelaufen. Und, ähm, da habe ich auf, äh, YouTubes irgendwann, ich glaube auch von Bobby Fingers mal ein Video gesehen, wie er den geskyptet hat. Ah, okay. Ähm, der, der Mantower ist, äh, ich werde ihn auf jeden Fall in die Links mitwerfen, ist, äh, ein ziemlicher Hingucker. Ähm, ich... Bobby Fingers, glaube ich, bekannt aus der letzten Folge, ne? Aus der letzten Kunstfolge? Äh, nee, aus der vorletzten. Oder aus der ersten? Wir sprachen über das Jeff Bezos-Huda-Boot von ihm. Ja, genau. Ähm, immer wieder top, top-Material. Ich weiß gar nicht, er hätte letztens auch irgendwas Neues gesehen. Ich habe schon wieder vergessen, was es war, aber es war natürlich mal wieder sehr gut. Ähm, bekannt durch die Presse, der Mann, der die Banane an die Wand klebt, die gegessen wird, äh, Maurizio Catalan. Für 120.000 US-Dollar ist das Werk Comedian mittlerweile verkauft worden. Es ist mehrfach gegessen worden in seiner Geschichte. Und was ursprünglich aussieht wie eine Persiflage auf den überteuerten Kunstmarkt, dass jemand ein Stück Gaffer und eine Banane nimmt, diese an die Wand klebt, das als seine Kunst bezeichnet, hat einen doppelten Boden. Und zwar ist, also die Banane ist von unter anderem einem südkoreanischen Kunststudenten mal gegessen worden, der dann die Schale wieder an die Wand geklebt hat. Das Kunstwerk ist mittlerweile 30 Jahre alt und es ist keine 30 Jahre alte Banane, sondern die Banane wird eh regelmäßig ausgetauscht, genauso wie das Tape, wenn das Kunstwerk umzieht. Und das spielt mit der Idee, ob man ein Konzept besitzen kann. Und das Kunstwerk ist mittlerweile in die Dimensionen angewachsen, dass es eine mehrseitige Anleitung gibt, unter welchen Bedingungen man wie richtig die Banane an die Wand zu kleben habe. Und das eigentliche Kunstwerk, das dann veräußert wird, ist das Zertifikat über das Kunstwerk und mittlerweile die Anleitung. Und die Installation selbst ist temporär gedacht. Aber die Idee, dass man eine Banane an die Wand kleben kann und das schon ein echtes Kunstwerk darstellt, das Menschen sich in Ausstellungen anschauen, das fand ich sehr amüsant. Und deswegen hatte ich den Maurizio Catalan heute mit in der Liste. Also es war auch deswegen viel in den News, weil ich glaube, in Basel war es vor ein paar Jahren, das auf der Messe ausgestellt, gezeigt, angeboten wurde und da dann es mal wieder gegessen wurde. Also das Übliche eigentlich passiert ist und dann hat die Öffentlichkeit das irgendwie nochmal ein bisschen mehr mitbekommen und großer Teil der Diskussion war dann natürlich, ist das überhaupt Kunst, eine Banane an die Wand hängen, das kann ja jeder. Ja, und ... Wie üblich. Das stimmt, das kann jeder, aber dann ist halt hier genau das Kunstwerk, es macht halt nicht jeder und deswegen fällt es auf, es gab um dieses Kunstwerk dann auch nochmal einen Rechtsstreit, weil er zusammen mit einem Kollegen diese Konzeptidee hatte, mit Bananen an Dinge zu kleben und der Kollege meinte, dass ohne die Zusammenarbeit keins der Werke von Catalan überhaupt erfolgreich gewesen wäre, die deswegen auf 6 Millionen Euro verklagt hat. Ich glaube, die Klage war nicht erfolgreich, aber um das genau rauszufinden, hätte man den FAZ-Plus-Artikel kaufen müssen und ich habe keine 6 Millionen Euro erklagt, deswegen habe ich den FAZ-Artikel nur im Free-Teil gelesen. Auf jeden Fall, das mit der Banane hat mich dann in ein Rabbit Hole gestürzt, über andere Künstler mit Bananengeschichten. Der Deutschlandfunk berichtete über die Installation Comedian und Catalan, aber wie es der Deutschlandfunk halt oft macht, sie können nichts berichten ohne einen Kulturteil und Kultur heißt immer Fiki-Fiki, also hatten sie die Sendung Erotik, Ärgernis, Rebellion, die Kulturgeschichte der Banane und es geht darum, wie Bananen in Kunst und Kultur vorkommen und weil die Banane ja ein bisschen fallisch ist, kann man da super Witze drinnen. Muss mit Sex sein. Und dabei dachte ich dann, also mir ist da ein Fehler unterlaufen. Ich hatte damals die Geschichte mitbekommen, mit Catalans Banane, die gegessen wird und dachte dann, ich habe mal neben einem Graffiti gestanden, das sich darauf bezieht. Das war ein Irrtum meinerseits. Ich habe tatsächlich neben einem Graffiti von einer Banane gestanden, aber, und das wird Johnny vielleicht kennen, es gibt an mittlerweile 4000 Galerien Bananengraffitos, Graffiti. In Berlin habe ich auch kürzlich beim Boros-Bunker wieder eine davon gefunden. Ja, der Bunker von Christian Boros. Ich finde die Geschichte von ihm und diesem Bunker super interessant. Die erzählt er im Alles-Gesagt-Podcast von der Zeit über Stunden sehr ausgiebig, wie er zu diesem Bunker gekommen ist und seine Frau ist Kunsthändlerin und er hat sie kennengelernt, indem er regelmäßig sich dort neue Kunstwerke gekauft hat, um mit ihr zu reden, was ein sehr teures Hobby ist. Der Bunker ist schon irre, also auch der Ausbau davon, unter welchen Bedingungen und wie aufwendig und inklusive einer Firma, die an der Arbeit pleite gegangen ist, weil sie einen Pauschalpreis für eine quasi Kernbohrung durch diesen Bunker genommen haben und dann einfach, glaube ich, Monate länger gebraucht haben, als sie dachten und dann einfach irgendwann erledigt waren. Genau, Christian Boros hat auf seinem Bunker obendrauf noch ein Penthouse gebaut. Das ist so richtig das Aquarium, das er obendrauf gesetzt hat und der Bunker selbst ist privat, aber er bietet Führungen durch seine private Kunstsammlung an. Also es ist schon irgendwie auch ein Museum und dann hat er ja auch erzählt, wie sie über Corona seine Mitarbeiter gehalten haben und wie es keine Corona-Hilfen gab, weil das ja privat ist, wo ich mir dann auch denke, wenn du in der Lage bist, mehrere Grundstücke zu besitzen und unter anderem einen Bunker voller Kunst, dann solltest du auch in der Lage sein, für ein Jahr Pandemie deine Mitarbeiter weiterzahlen zu können. Das wirst du wahrscheinlich aushalten bei dem Geld, was dahinter steckt. Der Bunker hat es überstanden. Ich denke, er ist auch irgendwie durch die Pandemie durchgekommen. Aber diese Bananen, von der du auch einen dort an Boros Kunstbunker gesehen hast, übrigens auch das, Boros hat seine Arbeit, seine Masterarbeit in, ich glaube, Design über James Bond Bösewichte geschrieben und ich habe manchmal das Gefühl, er wäre selbst gern einer, also als wohlhabender Kunstsammler mit Privatbunker. Auf jeden Fall die Banane, die Banane, die du dort gesehen hast, du wirst vermutlich auch... Das ist Thomas Baumgärtel. Genau, eine Banane von Thomas Baumgärtel. Der hat das als Anspielung auf Andy Warhols Banane gemacht, denn Andy Warhol hat das Cover von The Velvet Underground designt und dafür eine Banane als Objekt gemalt. Baumgärtel hat die Banane aufgegriffen und damit viel gemacht, also er hat dem Ruhrgebiet 100 Bananen spendiert, er hat Fassaden mit Bananen angemalt, er hat an vielen Orten zu Bananen hinterlassen, er hat als Friedensprotest auf den Kölner Dom mit Kreide eine Banane gesprüht und er war in eine Kontroverse verwickelt, als er 2017 in Reaktion auf Erdogan, der kurdische Zivilisten bombardiert, dieses Kunstwerk machte und sein Galerist sich dann nach einem Shitstorm im Internet darauf bestand, das Kunstwerk abzuhängen. Auf dem Kunstwerk sehen wir den türkischen Präsident Erdogan nach vorne gebeugt, ohne Hose. Im Hintergrund ist mehrfach der türkische Sichelmond mit dem Stern zu sehen und Erdogan hat eine Banane in den After eingefüllt bekommen. Ich finde es ein bisschen geschmacklos, aber ich finde es auch ein bisschen egal, also es wäre mir jetzt nicht als kontroverse Kunst aufgefallen, dass der Mann, der überall Bananen drauf macht, Erdogan eine Banane in den Allerwertesten schiebt, gab aber entsprechend großen Outrage und wir erinnern uns, das schwamm noch mit auf der Welle von Böhmermann und dem Gedicht darüber, dass Erdogan eine Ziege fickt. Quasi die Hochzeit der Erdogan-Kritik. Genau. Also Deutschland diskutiert über Erdogan, Erdogan begeht völkerrechtswidrige Verbrechen und dann macht ein Künstler ein Bild, wie er eine Banane in den Po bekommt. Das wird kritisiert und Thomas Baumgärtel bekommt dadurch aber immense Aufmerksamkeit. Deswegen folgt darauf dann seine Reihe Führer der Welt auf Bananen mit Bananen. Also wir sehen Trump mit einem extrem nach vorne gestellten Kinn, der eine Banane lutscht. Wir sehen Kim Jong-Un, der, also es gibt ein Bild von ihm, wie er heroisch auf einem weißen Schimmel sitzt. Hier auf diesem Bild sitzt er auf einer gezügelten Banane, mit der er durch die Gegend fliegt. Also ab da an gab es dann von Baumgärtel eine Reihe Bilder mit Führern der Welt auf Bananen mit Bananen und der unangemessenen im Kontext mit Bananen. Und das fand ich dahingehend cool, dass man dieser Banane ja doch öfter über den Weg läuft und wie gesagt, als ich sie das erste Mal sah, dachte ich, die da außen am Kunstforum in Bonn ist dort als Anspielung auf die Bananeninstallation Comedian, aber das mit den Bananen macht Baumgärtel schon eine ganze Weile und Warhol noch früher. Also genau, es ist sozusagen ein kunsthistorisch fester Bezug im Kanon der Kunstgeschichte. Und dann würde ich jetzt hier nochmal um die Bewertung einzuholen, Comedian, die Banane, die verspeist wurde von Catalan, wo ja das Kunstwerk nicht die Banane, sondern die korrekte Installation und das Recht an diesem Kunstwerk sind, eure Bewertung einholen. Ich für meinen Teil würde dafür, dass es halt ein Kunstwerk ist, das Centbeträge kostet und Hunderttausende reingeholt hat, einfach damit zu zeigen, wie absurd das Konzept ist, definitiv auch wieder sechs oder sechseinhalb Bananen geben. Ja, ich würde für das, also für das Werk selbst, für Comedian würde ich glaube ich sieben geben. Ich finde, ansonsten, aber generell empfehle ich sehr, sich auch erst recht andere Sachen von Maurizio Catalan anzugucken, weil natürlich die Banane tatsächlich, also Comedian in der Ausführung dann eben wirklich sehr einfach und sehr günstig ist und das ist eigentlich das, was es innerhalb des Werkes von Catalan total herausstellt, weil in der Regel sind Werke von Catalan richtig aufwendig, also richtig aufwendig produziert und da verweise ich gerne und schmeiße es hier einmal in den Chat auf mein Lieblings-Catalan-Werk, aber auch super berühmt, La Nonna Hora, also die neunte Stunde, wo der Papst gerade von einem Meteoriten erschlagen wird und das, weil das ist für mich eine Zehn von Zehn und Maurizio Catalan hat viele Zehn von Zehn und es gibt zum Beispiel auch sich selbst in hyperrealistisch aus Wachs, aber verkleinert in einem Kühlschrank und lauter so absurde Sachen und er hat auch einmal eine Werkschau gemacht, wo er, ich glaube, hundert von seinen Werken in kleiner nochmal hergestellt hat, um die in einem also relativ kleinen Raum dann quasi zu sagen, das sind hundert Werke, ich habe die nur einmal verkleinert für die Ausstellung und da sind die großen schon aufwendig, das ist auch nochmal aufwendig, also normalerweise ist es auch ein wichtiger Faktor bei Maurizio Catalan, dass die Sache, dass es tatsächlich produktionstechnisch auch aufwendig ist und oft so hyperrealistische Objekte und so, da gibt es schon richtig gute Sachen, also das, das empfehle ich sehr, aber klar, die Banane ist im Verhältnis dazu eher so ein, eher so ein Gag, dennoch, ich gebe sieben. Hm, wobei, wie Ali auch schon gesagt hat, das Hauptwerk ist ja inzwischen eigentlich so das ringsrum, so ein bisschen, was auch sehr viel umfangreicher inzwischen geworden ist, deswegen, ich gebe dafür auch sieben Punkte. Sieben Bananen, okay. dann Baumgärtel und die Bananen, die er an Gebäude sprayt und klebt und malt, finde ich als Idee nett, hat für mich allerdings, also, ich finde dann, dass später mit den Liedern der Welt, die mit Bananen posen, finde ich ein bisschen sehr zeitgeistig und da fehlt mir irgendwie so der tiefere Bezug, also, ich finde cool, dass er die Banane als Objekt so aufgreift und weiterführt und dass das eine klare Reminiszenz an Warhol ist, aber das finde ich jetzt nicht so inspirierend, hingegen, dass er 4000 Bananen an Kulturstätten platziert hat und allein 100 Bananen dem Ruhrgebiet gespendet hat, ist für mich auch schon mal, also, die Aktion Bananen zu verteilen, eine, auch wieder sechs Bananen. Ich finde, ich finde so ein bisschen dieses Prinzip, dass man so kleine Kunstwerke und so kleine Referenzen überall verteilt, ganz spannend und interessant und immer, also, wenn man es nicht erwartet und irgendwo ist und das sieht und man sich sozusagen dann an, keine Ahnung, weil man sich damit beschäftigt hat oder sowas, sozusagen diese ganze Geschichte dahinter wieder in den Kopf geholt bekommt, das finde ich sehr interessant und ich würde hier auch sieben von zehn Bananen geben. Mir geht es sehr ähnlich wie Ali, also, dass ich finde, dass diese Erdogan und Co., Leaders of the World, da stößt er dann auch so ein bisschen gegen seine, also, ich finde die Bilder dann auch technisch nicht so interessant irgendwie, also, irgendwie ist das dann irgendwie, gibt das nicht so viel her und ich finde es sehr, ja, so, so, hat sowas von so Kabarett irgendwie. Das ist so heute schon humorig. Ja genau, das meine ich, also es ist irgendwie nicht so richtig Feinart, das mit den, mit den Bananen auf der ganzen Welt oder eben diesen Aktionen, das ist dann schon zumindest ganz coole Streetart so und ikonisch und auch so ein bisschen zu sagen, ich nehme mir dieses Symbol und das ist jetzt dann ja auch meins, sobald ich sehr viele von diesen Bananen in der Welt verteilt habe, das finde ich schon cool, dennoch ist es irgendwie erstmal nicht, also die Idee ist nicht so super weit weg und er hat sich im Prinzip halt eine Idee ausgedacht und die gemacht. Das verdient Respekt, aber er hat die auch nicht wirklich weiterentwickelt, in meinen Augen. Deswegen gebe ich fünf, es ist befriedigend und es ist natürlich auch mal witzig, so ein Ding zu entdecken, das hat schon was und das soll er weitermachen. Ich muss mich hier kurz... Mehr Bananen. Ja, mehr Bananen. Ich muss mich hier kurz korrigieren, ich hatte fälschlicherweise gedacht, dass von Bobby Fingers die Skulptur war, es ist von North of the Border der Man Tower gewesen und ich habe euch das Video gerade in den Slack gepostet, das Titelbild ist schon die Skulptur. Also es ist ein Männerkörper mit Hotpants und da, wo der Kopf beginnen würde, ist der Schulterbereich ausgetauscht durch ein halbes Pferd, das sich aufbäumt. Also es ist schon ein Schmunzler. Sieht sehr gut aus, werde ich mir auf jeden Fall noch anschauen. Ja. Speichere ich mir direkt. Bleiben wir im Thema Leaders of the World und kommen wir von Die Banane in Erdogan und Die Banane auf der Kim Jong-un reitet hin zu Old People's Home von 2007 von Sun Yuan und Pen Yu. Die haben 13 Rollstühle, E-Rollis genommen, haben berühmte Militärs, Politiker, Philosophen und Bischöfe als Wachsfiguren gebaut, diese dann nochmal künstlich erheblich altern lassen. Also die Leute, die eigentlich 60, 70 sind, sind dann in der Installation Ende 90. Diese Rollis haben alle die smarte Technologie, die man von so einem Staubsauger-Roboter erwarten würde. Das heißt, sie fahren etwas unter Schrittgeschwindigkeit durch den Raum, erkennen, wenn sie sich einem anderen Objekt nähern und drehen dann wieder ab, sodass sie nicht ineinander crashen. Und das ist das erste Mal, dass ich einen Saalwächter gesehen habe, bei dem der Job Sinn macht. Denn der Museumskart muss auch immer, wenn die Rollis aus dem Raum rausfahren, wollen sie sich ihnen in den Weg stellen, damit sie abdrehen und wieder zurück in den Raum fahren. Und wenn ihr euch die Bilder hier anschaut, da sind unten drunter in kleineren Bildern sind die einzelnen Lieder nochmal aufgegriffen. Das haben sie 2007 und 2008 gemacht und dann auch nochmal wiederholt. Die Idee war, dass sie ressemblen, also sie sollen erinnern, nachahmen, echte Menschen, aber sie sollen nicht eins zu eins die echten Menschen sein. Und ich glaube, nur so kommt man in China damit durch, wenn man einen hundertjährigen Mao Zedong als alten Senior ziellos durch die Ausstellung cruisen lässt. Ja, indem man eben nicht sagt, wer es ist. Genau, also es sind Leute in, ich würde sagen, man erkennt, wenn man weiß, dass es Mao Zedong sein soll, dass es Mao ist. Und generell erkennt man ein paar Leute in der Kunst, die sie da haben. Insgesamt, also mit den 2008 gebauten Skulpturen hatten sie, also 2008 hatten sie das einzige Mal eine Frau, nämlich Margaret Thatcher mit dabei. Ansonsten sind Figuren, die sie abdrehen. Möge sie in Pisse ruhen. In Erbsen, Rest in Pieces. Und die anderen Leute, die sie dargestellt haben, einer soll zum Beispiel an Ronald Reagan erinnern, einer soll an Yasser Arafat erinnern. Und also Arafat für sich erkennt man, genau, mit dem Palih-Schal. Daran natürlich auch schnell. Genau, und an den markanten Augenbrauen und dem neckischen Kinn. Also nein, ohne Palih-Tuch hätte ich ihn auch nicht erkannt. Sie haben Nelson Mandela, hatte ich ja schon gesagt, dann haben sie Leonid Breschneft, den Nachfolger von Khrushchev und Vorgänger von Andropov, den Generalsekretär der KPDSU. Der mit der Peitsche sieht aus wie Karl Marx, aber... Ja, der mit den verrückten Haaren sieht er ein bisschen, könnte Kalle sein. Und wie gesagt, sie sagen, es sind keine echten Personen, sondern sie sollen an Personen erinnern. Und ich finde, jemand mit seinem Karl-Marx-Rausche-Bart und der Peitsche, das passt ja auch schon wieder irgendwie zusammen. Dann haben sie jemanden, der mich an Kyrill, den Patriarch der russischen Kirche, der russisch-orthodoxen Kirche erinnert. Also, wie gesagt, die Leute, die sich hier als Wachsfiguren haben, die da ziellos ihre Runden drehen, ich glaube, also erst dachte ich mir, es ist ja ein geiler Trick, wenn du nicht so gut im Skulpturenmachen bist, dass du bestehende Skulpturen kaufst und die dann so anziehst, dass die Kleidung auf was hindeutet. Aber ich glaube auch, es ist tatsächlich gewollt, dass es Funktionsträger sind, die man da erkennt und nicht Personen. Also, wer so ein Level an Detail machen kann, der hätte bestimmt auch einfach drei weniger machen können und dafür Leute, die man sofort erkennt. Genau, ich glaube auch, das ist Teil des Konzepts sozusagen. Ich finde, die sehen wirklich sehr geil aus. Also auch, dass dann irgendwie der Yassir Arafat einfach fast aus dem Rollstuhl fällt, weil er eingepennt ist. Das sieht schon wirklich auch einfach sehr gut aus. Ja, aber auch gut zu erkennen, die dicke Uhr, die er trägt. Die Details sind auch schon irgendwie auch stimmig. Und sehr schön ist, sich das mal in Bewegt anzuschauen. Wie gesagt, es gibt dazu, also es ist eine bewegliche Installation, es gibt dazu Bilder. Hier die Fotos, finde ich, geben das nur so ein bisschen wieder. In den Fotos sieht es halt aus wie der Stuhlkreis im Seniorenheim, aber schon in der Abteilung der Leute, die wirklich, wirklich drüber sind. Und es hat mich sehr erinnert, als Fred Trump, der Vater von Donald Trump, Alzheimer bekommen hat, haben sie ihm ein Büro eingerichtet, in dem sie ihm seinen Alltag ermöglicht haben, ohne dass er Funktionen hatte. Also er hat die ganze Zeit Briefpapier von seiner Trump Company, also von der Immobiliengesellschaft, unterschrieben. Und dann gibt es Erzählungen, dass er morgens, also der hat sich halt 50 Jahre seines Lebens jeden Tag eine Krawatte gebunden. Und als er dann dement wurde, hat er sich immer noch eine Krawatte gebunden, aber manchmal auch zwei oder drei. ist dann in sein Büro gegangen, wo er ein Telefon hatte, wo er eine einzige Taste drücken konnte, mit der er in eine Warteschleife gekommen ist. Also so, dass er das Gefühl hatte. Es ist total gut. Also das habe ich schon öfter gehört, dass man bei Menschen mit Demenz, dass man da eben, dass es am besten für die funktioniert, wenn man erst mal mitspielt, soweit das geht sozusagen. Das ist natürlich total genial, wenn man das machen kann, wenn man das simulieren kann, wenn die Mittel dafür da sind. Total gut. Ich finde das auch, also so schlimm es ist, unter Demenz zu altern. Es wirkt irgendwie sehr viel menschenwürdiger, wenn er glaubt, er nimmt immer noch an seinem Alltag teil. Ja. Und dann, also das war so eine der Geschichten, die der Donald Trump auch größtenteils dann finanziert hat, wo ich überrascht war, weil man ihn ja sonst eigentlich nicht als ... Er ist ein Menschenfreund. Genau, aber sagen wir so, er fällt ja sonst nicht dadurch auf, dass er empathisch und nahbar ist. Und das fand ich im Umgang mit seinem Vater doch eine sehr schöne Geschichte. Naja, auf jeden Fall musste ich an Fred Trump denken, als ich hier diese ganzen wirklich überalterten und erschöpft vom alternden Leader of the World gesehen habe, dass mir auch heute sofort Leute einfallen würden, die man da gut in die Rollstühle setzen könnte. Also das ist, das Konzept funktioniert zeitlos. Es macht auch Spaß, sich die beiden durch die Gegend cruisen anzuschauen. Und dadurch, dass es halt von 2007 ist, sind die Leute, die hier dargestellt werden, also ich habe sie nicht alle sofort erkannt, muss ich sagen, beziehungsweise ich habe auch einige gar nicht zuordnen können. Einige andere haben sich wirklich stark gehalten. Also es gibt ja Menschen von denen, die noch leben. Ja, das ist, ich fand es bemerkenswert, dass es halt so, dadurch, dass sie mehr oder weniger autonom, aber ja nicht gesteuert durch die Gegend cruisen, wirken sie nochmal eine ganze Ecke gruseliger, als hätten sie wirklich eine Persönlichkeit, mit der sie da langsam durch die Ausstellung schreiten. Ich gebe acht von zehn elektrischen Rollstühlen. Ich muss noch fragen, in wann und in welcher, also wisst ihr noch, wann und in welcher Form ihr das allererste Mal diese Installation so mitbekommen habt? Also ich war 2007 Guard und habe dazu geführt, dass die Leute nicht aus dem Saal rausfahren. Nein, ich habe das Jahre, also ich würde sagen, so vor vier oder fünf Jahren irgendwann mal als Clip in diesem Internet gesehen und ich glaube, das war schon, als Musical.ly zu TikTok wurde, ist es an mir vorbeigeflogen oder so. Mir ging das ganz ähnlich, ich habe das so vor drei Jahren, glaube ich, so ungefähr, so auf Instagram war das dann beim Durchscrollen sozusagen gesehen und da hat es noch mal ganz anderen, also auch als Video, wie du schon gesagt hast, das hat noch mal einen ganz anderen Eindruck, als wenn man jetzt hier einfach nur so als Bild das Stillleben sieht und da war so ein bisschen das Interessante, dass man, keine Ahnung, auf Instagram, dann haben das 20 Seiten vorher noch mal geteilt und wieder, dann ist das alles sehr runter komprimiert und man erkennt sozusagen den Detailgrad der Figuren gar nicht und den Ausschnitt, den ich da gesehen hatte, war sozusagen einfach nur ein Blick in den Raum, wo wild alte Menschen rumfahren und man konnte nicht wirklich sehen, dass das sozusagen Figuren sind und dann macht der Schwenk rum und auf einmal hat diese eine Person hier eine Miene sozusagen in der Hand. Genau, dieser Kriegsveteran. Genau, genau und das war so die erste Begegnung mit diesem Kunstwerk für mich und das ist auf jeden Fall noch mal ein ganz anderer Eindruck, weil man dann auch noch, also wie gesagt, die Wachsfiguren, die sehen echt verdammt echt aus, gerade wenn man es dann noch mal in dem Video auch sieht und sodass ich da echt dachte, da sitzen irgendwie Menschen und das ist jetzt eine Live-Performance und wie gesagt, als Video macht das echt noch mal mehr und ich fand das echt faszinierend, dass das dann, also habe mich dann im Anschluss direkt da eingelesen, fand das faszinierend, diese ganze Geschichte darum und ich würde auch acht von zehn Punkten geben. Also an mir ist es tatsächlich total vorbeigegangen, ich kenne das gar nicht, aber ich finde es richtig gut, für mich ist es sogar eine Neun, ohne es selbst, ich würde es gerne mal selbst sehen, also ich stelle mir das sehr gut vor. Ja, also die Neun, wir haben ja beim letzten Mal so hoch bewertet und ich überlege, die Dinge, ich versuche jetzt auch, dass das vielleicht hoffentlich die einzige Neun heute wird. Da, ich weiß ja nicht, wie viel noch kommt und was, aber also ich habe, ich habe noch einen Bänger als, als Abschlussthema, aber ja, ich, ich finde es auch schon wirklich stark, das ist so eine der, der Dinge, bei denen ich dachte, da muss ich drüber reden, das müssen Leute sehen. Ja, ich bleibe bei den acht, ich kann die Neun aber auch nachvollziehen. Und, und auf jeden Fall mal versuchen, das Video irgendwie dazu zu sehen. Ich werde ein Clip in die Shownotes tun und die haben so einfacher, sehr gut. Einfacher. Kommen wir zum nächsten Thema, das habt ihr bestimmt auch mitbekommen, große Kontroverse, in Dänemark verkauft ein Künstler eine leere Leinwand an ein Museum. Eine Auftragsarbeit. Genau, eine Auftragsarbeit. Jens Harning hat für 532.549 dänische Kronen, umgerechnet ungefähr 70.000 Dollar, im Jahr 2021 einen leeren Rahmen beziehungsweise einen leeren Canvas, eine leere Leinwand abgeliefert. Und das Problem dabei war, dass er beauftragt wurde, ein Kunstwerk zu machen, das an ein, an zwei alte Kunstwerke von ihm erinnern sollte. Nämlich, ich schicke euch den Link, hat er, also er ist mehr oder weniger bekannt geworden durch ein Kunstwerk, in dem er das, den durchschnittlichen Jahreslohn eines Österreichers dargestellt hat, indem er in diesen Bilderrahmen Banknoten geklebt hat. Also wir sehen hier mehrere 500-Euro-Scheine, ein paar 200-Euro-Scheine und am Ende noch ein paar Münzen, sodass der Betrag korrekt den Jahreslohn eines durchschnittlichen Österreichers darstellt. Und die Dänen hatten sich erhofft, dass er mit den 70.000 Dollar umgerechnet in dänisches Spielgeld eine ähnliche Installation machen würde für ihr Museum. Er hat argumentiert mit ja, er ist auch ein Mensch, der Rechnung und Essen zu bezahlen hat und manchmal ist halt der Jahresverdienst auch, dass man am Ende des Jahres kein Geld hat, deswegen ist die Leinwand jetzt leer. Wurde verklagt, musste Teile zurückzahlen, aber hat durch diesen Stunt auch international Aufmerksamkeit bekommen, dass er halt dieses Kunstwerk leer abgeliefert hat und da bin ich in mehrere Rabbit-Holes gefallen, denn einerseits finde ich das, was er gemacht hat, sehr cool, weil es so, also es ist im wahrsten Sinne des Wortes plakativ, also es hat Plakatformat und es bringt eine sehr einfache Botschaft rüber, nämlich das ist das ganze Geld, das der durchschnittliche Österreicher im Jahr zur Verfügung hat und jetzt kann man, also einerseits ist das viel Geld auf einen Haufen, andererseits ist das durch ein Jahr geteilt gar nicht mehr so viel Geld und wenn man dann schon plausibel, dass das dann weg ist. Ja und vor allem, als ich es das erste Mal gesehen habe, so diese Ansammlung an 500-Euro-Scheinen, ich hatte zwei Gedanken, der erste ist, der 500-Euro-Schein wurde ja in der zweiten Euro-Serie eingestellt wegen Terrorfinanzierung und der zweite Gedanke war, das ist jetzt auch eine Summe, diese paar 20.000 Euro, Menschen, die so ihre Probleme damit haben, dass in Monaco jetzt der Garnelen-Cocktail in einem kleineren Glas serviert wird, diese Menschen haben so viel Geld ja auch einfach im Zweifel in der Tasche oder im Handschuhfach für die kleinen Einkäufe, die man im Alltag mal so tätigen muss und also diese Relation zu sehen, dass das zusammengetragen etwas ist, was an Scheinmenge immer noch in ein größeres Portemonnaie passen würde und was ja auch durchaus Menschen umsetzen, es gab mal diese Rechnung, wie viel Geld müsste Bill Gates aus der Hosentasche fallen, dass sich die Zeit sich dafür zu bücken und es wieder einzupacken lohnen würde und zu dem Zeitpunkt waren es knapp unter 10.000 Dollar das heißt hier hängt wofür Jeff Bezos sich Bill Gates sich zweimal bücken müsste um es wieder aufzuheben an der Wand und das ist schon krass weil man zu so großen Zahlen einfach keinen Bezug mehr hat und selbst so in Anführungszeichen kleine Großbeträge wie Pan 20.000 Euro wirken wenn man sie dann so in Form vor sich hat doch schon wieder sehr mächtig und da bei der Anordnung musste ich dann auch daran denken so Bilder wie in der Bundesdruckerei das Band mit den frisch gedruckten Scheinen durchläuft und man ja auch da kein Gefühl dafür hat wie viel Geld gerade an einem vorbeigelaufen ist und hier hat man dann so auf etwas mehr als einen Quadratmeter mal relativ kompakt das Geld ansortiert und das war das Kunstwerk von dem sie erwartet haben dass er es ihnen abliefert und er hat aber eine leere Leinwand abgeliefert weil harte Zeiten auch für Künstler ja das wollte ich hier als Einstiegsthema mal angebracht haben eure Gedanken dazu also mich hat das ganze ich sehe das jetzt gerade zum ersten Mal so also klar das mit der leeren Leinwand hatte ich mitbekommen aber jetzt dieses Kunstwerk mit dem Geld scheint sich jetzt zum ersten Mal so und mich hat das direkt an die Serie der Tatortreiniger erinnert da gibt es nämlich auch eine Folge wo er den Tatort in einem Museum reinigen muss und da gibt es ein Kunstwerk wo aus kleinen Geldscheinen ein großer Geldschein nachgebaut wurde und da habe ich mich mit dem ganzen Thema schon mal so ein bisschen auseinandergesetzt wie viel Geld man sozusagen auf Fläche darstellen kann und wie viel das wirklich ist von daher finde ich das Konzept auf jeden Fall sehr interessant sozusagen weil man keine Ahnung im echten Leben man hat Geldscheine also wenn man überhaupt noch Scheine hat höchstens irgendwie in einem Portemonnaie irgendwie stecken und dann auch nicht als 500 Euro Schein meistens zumindest und man legt sich das nicht so als Quadratmeter mal irgendwo hin und schaut mal wie viel das ist von daher finde ich das schon interessant und erst wenn man tatsächlich mal nachzählt wie viele Scheine das sind merkt man wie viel Geld das wirklich ist also ich glaube 28.000 Euro knapp sind das jetzt hier das ist schon interessant ich finde es auch also die das in dieser ästhetischen Form sozusagen einmal umzusetzen zu transferieren finde ich finde ich interessant an dieser ganzen Sache finde ich halt irgendwie lustig wenn so ein so ein Museum so eine Sammlung sowas in Auftrag gibt und ja schon irgendwie auch mit mitdenken muss dass der so ein dass das so ein bisschen ein frecher Umgang mit dem Thema Kapitalismus ist dann finde ich irgendwie interessant dass sie ihn dann verklagt haben also das ist eigentlich what did they expect also es ist dann es zeigt dann wie 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 man sagen so unkreativ so Museumsleute in so einem Fall dann doch sind die zwar auf der einen Seite so eine Arbeit irgendwie gut finden und so ein Kommentar ja letztendlich auf kapitalistische Verhältnisse aber ja aber dann nicht die die Fantasie oder die den Witz verstehen wenn man dann sagt naja okay von dem Geld bleibt nichts übrig deswegen ist da nichts drauf das finde ich interessant ist es natürlich ein bisschen die Frage ob er da wirklich also ob er es irgendwie auch absichtlich gemacht hat um die anzupissen ob er mitberechnet hat dass es irgendwie einen Skandal gibt ich kenne jetzt seine anderen Sachen nicht aber ich finde das Werk was dem zugrunde liegt finde ich gut und ich finde eigentlich auch die Idee gut zu sagen naja heutzutage bleibt von dem Geld sowieso nichts übrig ist auch ein Umgang als Künstler zu sagen naja so ist die Realität und auch so ein bisschen vielleicht ein Kommentar darauf dass in diesen dass in dieser Kunstwelt dann so ein Museum sagt wir geben dir jetzt hier irgendwie um die 70.000 Euro für so ein Werk dass das vielleicht ganz schön viel Geld ist für einen normalen Menschen und nicht so normal das finde ich schon gut ich finde das Werk an sich das eine oder auch das andere aber gleichzeitig finde ich die Idee nicht so wahnsinnig weit hergeholt sage ich mal also oder beziehungsweise es gibt so es gibt so einen Sweetspot für mich von einer Idee wo sie weit genug hergeholt ist sozusagen aber nicht zu weit hergeholt und da finde ich dann die Idee leider noch verhältnismäßig einfach so sage ich es mal deswegen ist es für mich nur eine 6 aber das könnte sich ändern wenn ich mir mehr Sachen von ihm angucke und das vielleicht ein bisschen rekontextualisiere ich würde ihm noch ich würde da noch mal die Chance der Nachbesserung geben aber erst mal 6 Punkte geben was ich finde was noch so ein bisschen mitspielt ist so ein bisschen dieser Gedanke dass sozusagen sich gerade Galerien oder Kunstliebhaber sozusagen mit sehr viel Geld einfach Geld gute Kunst kaufen möchten sozusagen und dass dieses Prinzip dass man einfach Geld irgendwie auf den Künstler wirft und dann kommt da gute Kunst raus das wird hier so ein bisschen getribbelt sozusagen und diesen Gedanken finde ich hier ganz gut aber auch fast nur nur diesen Gedanken sozusagen dass man so ein bisschen damit spielt einfach nur viel Geld und dann Künstler gibt mir jetzt gute Kunst sozusagen dass man damit so ein bisschen spielt ja so ein bisschen den Auftraggeber verarschen weil es irgendwie auch sozusagen naiv und ignorant von ihm ist zu sagen ja komm mach mir sowas finde ich gut mach mir das auch so ne ja genau das hat schon was aber genau das ist so ein bisschen das Ding die Idee irgendwie ist also so richtig richtig gute Sachen die für mich neun oder neun oder zehn sind die gehen einfach dann irgendwie noch drei Schritte weiter konzeptuell mich hat es ein bisschen erinnert es gab einen Marketing-Stunt von 3M die Firma die Folien und die Firma die klebt die Firma die klebt genau die klebrigen Leute von 3M haben also machen Folien Sicherheitsfolien aber auch also Folierungen für Autos Zeug und so weiter und die hatten als Marketing-Stunt mal ein Plexiglas eine Plexiglaswand gebaut mit ihrer 3M Sicherheitsbeschichtung und in dieser Plexiglaswand waren eine Million Dollar und dann haben sie gesagt wer die Plexiglaswand eintreten kann der darf das Geld besitzen und das mussten sie dann irgendwann abbrechen weil Leute da halt wirklich sehr gegengezimmert sind und sich dabei die Beine kaputt gemacht haben und stellt sich raus so gutes Sicherheitsplastik das mehrschichtig foliert ist das kannst du gar nicht so einfach durchtreten ja daran musste ich denken bei diesem Geld auf einen Haufen und es gibt von Tom Scott ein sehr gutes Video wo er über einen Parkplatz abschreitet und dabei erzählt wenn man Dollarscheine nimmt und du legst einen Dollar auf den nächsten auf den nächsten auf den nächsten und bildest so ein Türmchen und legst das dann quer und er läuft über diesen Parkplatz und sagt da hat er jetzt die Distanz durchschritten von eine Million Dollar liegen hintereinander und jetzt würde er mal zeigen wie viel eine Milliarde ist und dann steigt er ins Auto und fährt fast eine Stunde durch die Gegend um die Distanz zurückzulegen die eine Milliarde groß ist und das war für mich ziemlich augenöffnend wir haben überhaupt kein Gefühl wie viel größer die Million zur Milliarde ist ich habe letztens so ein Ding gesehen mit Toilettenpapierrollen es war natürlich auch so ein bisschen es war natürlich auch so ein bisschen heute schon Niveau aber da war der Gag halt irgendwie so ein Durchschnittseinkommen ist halt irgendwie so eine Ecke von einem Blatt Toilettenpapier und ich glaube ein Blatt war dann eine Million oder so dann ging es darum so was so bestimmte Milliardäre es ging dann um René Benko und sein Vermögen waren halt einfach mehrere also waren Toilettenpapierrollen bis an die Decke plus plus irgendwie noch sechs weitere Rollen ne schau und fand ich optisch auch sehr schön weil Toilettenpapierrollen in einen Raum zu stellen so dass sie wirklich exakt bis an die Decke passen sieht auch eigentlich gut aus das ist ja schmarrn der Benko René ist gar nicht so wohlhabend das ist der ist jetzt jetzt nicht mehr wahrscheinlich also juristisch ist er ja mit seiner Firma pleite gegangen was er und die Cayman Islands da noch gedribbelt haben ist ja raumfüllend ja Pray for Benko ja Thoughts and Prayers vielleicht könnt ihr ja Spenden schicken damit er wieder auf die Beine kommt ja wir werden das auf jeden Fall weiterleiten das Geld dann bin ich aber über dieses Kunstwerk hängen geblieben am Euroschein Design weil wie gesagt ein 500er gibt es ja nicht mehr und jetzt mache ich hier mal den Bogen wenn ihr uns unterstützen wollt dann findet ihr die Links dazu in dem Podcast oder auf der in den Show Notes oder auf der Webseite unter dem Punkt unterstützen wir freuen uns sehr davon wird der Server die Aufnahmetechnik und die Tees die ich während der Aufnahme trinke bezahlt also wenn ihr bis hierhin zugehört habt und Spaß an der Aufnahme hat dann denkt doch mal darüber nach ob ihr vielleicht auch was in den Hut werfen wollt kommen wir zu dem tiefen tiefen Rabbit Hole das Geldscheine sind und zwar war die Idee dass man auf diesen Euroscheinen Brücken in verschiedenen Architekturstilen Europas darstellt also es sollten keine Brücken sein die es in echt gibt sondern es sollten die Stilrichtungen verkörpert werden ach so das wusste ich gar nicht okay das war auch etwas was mich sehr überrascht hat ich habe mich dann gefragt wer hat die Brücken denn entworfen und diese die erste Auflage dieser Scheine wurde von Robert Kalina entworfen und es ging darum dass man die Kulturepochen einfängt dann las ich beim Lesen über Robert Kalina dass er Banknote Designer war und dachte mir es gibt nicht so viele Banknoten auf der Welt und die werden jetzt nicht so richtig oft geändert und ich kann verstehen dass du zum Beispiel als Abschluss deines Studiums für Design mal einen Satz Banknoten entwirfst und den dann einreichst wenn danach gefragt wird aber little did I know die zweite Version der Euro Banknoten ist nämlich von einem neuen anderen Independent Banknoten Designer entworfen worden und zwar hat die zweite Serie die ohne 500 erscheint hat Reinhold Gerstetter entworfen und für alle die sich jetzt überlegen unabhängiger Banknoten Designer das wäre doch vielleicht was für mich 2024 also im Jahr der Aufnahme hatte die EZB wieder eine Ausschreibung seit der ersten Serie hat sich an den Scheinen wenig geändert außer vor allem der Unterschrift des EZB Präsidenten die auf den Scheinen ist und ich habe mich darüber gefreut als ich dann das erste Mal sah dass ich einen Schein hatte auf dem Mario Draghi unterschrieben hatte auf jeden Fall diese Brücken die ursprünglich mal designt wurden um nur Kulturepochen zu zeigen also die eine klassische eine romanische eine gotische eine Renaissance Brücke eine Barock beziehungsweise Rococo Brücke eine und jetzt Johnny musste mir helfen Art Nouveau Art Nouveau Art Nouveau würde ich sagen und eine Brücke moderner Architektur da kam ein Niederländer und da hat sich gedacht wisst ihr was voll cool wäre wenn all diese Geldscheine Werbung für mein Kunstprojekt wären und deswegen hat er diese Brücken nachgebaut Geil und zwar in in Spikenisse hat er die Olderbrugges gebaut und die Olderbrugges die Eurobridges in Spikenisse sind Miniaturbrücken von den Brücken die auf den Geldscheinen sind und die wurden von Robin Stamm gebaut unter anderem hat die Königin sie mal eingeweiht stehen in Südholland in der Stadt Spikenisse und als ich das gelesen habe war ich unterhalten und dachte mir da möchte ich mal einen Kurzurlaub hin machen um mir diese Brücken anzuschauen die da in Miniatur jetzt über die Grachten spannen mega und das fand ich das fand ich eine wirklich schöne Aktion weil die also die Niederlande hatten ja früher die Gulden und ich fand die Gulden wirklich schön designt da gibt es auch Design-YouTuber die sich darüber unterhalten wie gut sie die Gulden im Design fanden weil die verschiedenfarbig waren sodass sie leicht unterscheidbar waren dass sie große Symbole hatten die die niederländische Kultur gezeigt haben mit einer Möwe und einem Leuchtturm und so weiter und demgegenüber sind jetzt so diese Brücken die ja einfach nur für den europäischen Baustil stehen sollen ja fast ein bisschen einfallslos aber dieser dieser Power-Move zu sagen oh die Brücken gibt es nicht ja dann bauen wir die und jetzt sind auf diesen Scheinen halt die Brücken die die da in den Niederlanden haben das fand ich überhaupt das so rum aufzuziehen so ein bisschen Ad-Bustagen mäßig sozusagen was gibt es was viele Leute sich immer wieder angucken und wie kann ich es zur Werbung für mein Projekt machen ist total gut das ist für mich also der der Brückenpark ist für mich eine 9 von 10 ja von mir auch ja von mir auch stark und honorary mention aus dem Bereich Währungsdesign möchte ich loben die Schweizer Banknoten erwähnen weil die sehen so wahnsinnig gut aus immer wenn man die in der Hand hat sind die sind die was zu selten passiert sind die die haben allein die Farben strahlen sowas von das ist immer die 9 Euro sind schon besser farblich aber die Schweizer Dinger sind absolut wild richtig bunte Wahnsinns Scheine was ich na gut die lieben halt Geld ne ja wenn die Schweiz für ein paar Sachen bekannt ist dann für Schokolade Uhren und Geld das kombiniert sich gut ähm ich muss sagen ich finde die aktuellen also die dritte Serie Eurobanknoten ganz gut die haben ja auch viele Barrierefreiheitsfeature also du kannst auf dem Schein fühlen mit den Riffles welche also wie viel wert er ist und bei den Hundertern ist es dann ein oder zweimal unterbrochen in der ähm wie heißt das denn in der Imprägnierung das ist ja so so hervor foliert sozusagen ja ähm folien kaschiert oder so was ich was ich wirklich wack finde ist ähm das britische Geld ist mittlerweile aus so einem Plastik damit es einerseits nicht mehr kaputt geht und damit es fälschungssicherer ist und du hast jetzt auch ein Durchguckfensterchen drin und das einzig coole ist wenn deine wenn dein Schallplattenspieler mal kaputt gehen sollte und er kann nur noch drehen aber keinen Ton mehr abnehmen dann kannst du die ähm Plastikspitze von dieser Banknote in die Rille halten und der die Vibration auf dem Schein macht dann so viel Geräusch dass du deine Schallplatten noch mit der Banknote hören kannst ähm sehr gut hier dishonorable Menschen die USA haben den Dollar und weil der Dollar für Wert und Vertrauen steht hat er sich nicht groß geändert seit 1700 Hinke-Beef und das Never change a running Währung und das Problem dabei ist die Dollarnoten sind lange Zeit alle gleich groß gewesen und wenn du jetzt behindert bist ja wofür brauchst du denn dein Geld also während man ja klar beim Euro einfach erfüllen kann Blinde brauchen ja auch kein Geld das ist bekannt während man beim Euro einfach erfüllen kann welcher Wert es ist sind alle Dollarnoten gleich groß weshalb Künstler wie Ray Charles ein blinder Pianist und Musiker sich komplett in einen Dollarnoten haben auszahlen lassen zu Beginn ihrer Karriere damit er halt nicht betrogen werden kann also damit nicht jemand von der Bar sagt damit sie es verlässlich nachzählen können damit nicht der Barmann sagt hier sind deine 20 Dollar und es sind dann zwei oder ein Dollar sondern halt das ist wirklich 20 Scheinchen sind mindestens 20 Dollar das ist so eine der Sachen wo ich mir denke da müssten die USA mal also sie müssen ja nicht die Währung komplett ändern aber ein bisschen über den patriotischen Schatten zu springen um sie Barrierefreiheit zu machen wäre nicht schlecht Patriotismus heißt ja irgendwie auch immer das eigene Land nicht besser zu machen bloß nichts besser machen so sehr liebe ich das Land ja jetzt hier wenn die Kommunisten kommen mit ihren Ideen wie Barrierefreiheit wo soll das denn enden sollen am Ende am Ende heiraten Velociraptoren Nazis reiten auf Dinos durch die Straßen um die Kanzlerin meines Herzens Dorothee Bär zu zitieren die Ehe für alles ist ein Schritt nach hinten Tja auf jeden Fall auf jeden Fall war ich sehr amused über die Geschichte hinter den Eurobanknoten und den Brücken die da drauf sind und die USA haben wirklich Quatschgeld in der Regel gibt es ja Währungsreformen damit das Falschgeld das im Umlauf ist gecatcht werden kann beziehungsweise das Geld das die legalen Kreise verlassen hat weil kleiner Exkurs in die Geldwäsche sehr viel von dem was im Darknet als Falschgeld verkauft wird ist gar kein echtes Falschgeld sondern ist echtes echtes Geld das aber aus kriminellen Machenschaften kommt und wo es dann einfacher ist zu sagen hier für 80 Cent den Euro kaufst du das Geld das ich aus dem Bankautomaten sprengen habe für die Geldwäsche ist es halt einfacher zu behaupten dass es gutes Falschgeld genau Falschgeld das du sogar im Automaten einzahlen kannst es fällt niemandem auf ist halt scheiße schwer herzustellen aber an Geld zu kommen dessen Quelle Dubiosis ist im Verhältnis dazu sehr viel einfacher deswegen ist vieles was als angebliche Blüten kursiert sind keine echten Geldfälschungen sondern sind Geld das aus dem legalen Kreislauf ausgebrochen ist und die Briten haben ja als hier Prince Charles zu King Prince Charles wurde nochmal neues Geld aufgelegt weil King Prince Charles das haben sie in der BBC gesagt und ich finde das ist die einzig richtige Ansprechweise ja weil Prince ist inzwischen sein Künstlername genau und jetzt wo er ja auch gerade mit dem Krebs kämpft ist ja abzusehen dass sie bald wieder eine neue Form ihrer Währung auflegen müssen ja so vermeidet man dann auch dass es echtes falsches Falschgeld gibt wenn ständig deine Währung kassiert werden muss auch das wenn du deine Währung komplett umtauschen gehst und also der normale Haushalt hat halt ein paar hundert Pfund Maximum in Bar zu Hause die kannst du zur Bank bringen und das ist unverdächtig aber wenn du im großen Geschäft mit dem Schnee für die Nasen Scheidewand bist und du kommst zur Bank und sagst ich würde gerne diese zwei diese zwei Millionen umtauschen ich habe hier mehrere Schuhkartons voll Bargeld das lag da noch das ist schwierig übrigens zur D-Mark gab es eine komplette Neuprägung eine Alternativ-D-Mark weil man Angst hatte dass die DDR Falschgeld produziert um die BRD zu schwächen und für den Fall dass zu viel Falschgeld D-Mark unterwegs sind könne man über Nacht diese Alternativ-D-Mark aus dem Keller holen also die lag dann quasi einsatzbereit genau es lag in Salzstöcken lagen große Mengen Alternativ-D-Mark für den Fall dass man vom Nachbarland gescammt wird und naja das ist halt so Geld ist ein heikles Thema und wenn es um Geld geht der Accidental Currency Podcast ich möchte gerne diese Gelegenheit nutzen um Werbung zu machen wenn ihr auch Schwarzgeld habt was ihr waschen wollt dann könnt ihr bei mir Kunst kaufen und zwar auf www.kleinegegenwart.de das ist meine Galerie ähm oder also da ist auch ein Shop ihr könnt da direkt kaufen oder ihr könnt auf www.kunstschneider.de gehen da ist mein Ebay Shop für Primärdruck Grafik und ich werde nicht überprüfen ob das Geld was ihr mir dann per Ebay Zahlungsabwicklung oder per ich glaube Stripe ist das schickt ob das echtes Geld oder sauberes Geld ist immer diese Falsch-Digital-Euros ähm ich möchte an der Stelle nochmal erwähnen wo du dich selber geplackt hast ich liebe ja die Alternativ-Domain zur kleinen Gegenwart kleinegegen.art ja da versteht man nämlich auch dass das was mit Kunst zu tun hat mhm genau dadurch darüber kommen alle Besucher weil die .art-Domain ist natürlich der der ähm der Anzugspunkt sonst fühle ich mich da immer geschämt als würde es darum gehen dass man einfach nur einen sehr kurzen Bewusstseinshorizont hat aber ähm bei kleinegegenwip.art wissen wir alle worum es geht ja ich konnte die Gelegenheit nicht ähm quasi nicht verstreichen lassen mir auch mal so eine bescheuerte Domain zu holen und ähm damit würde ich zum letzten Thema für heute übergehen und zwar ähm da musst du mir vielleicht helfen wie würdest du diesen Namen aussprechen Schneiders äh George McIunas 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 ich weiß es nicht ich guck mal eben also der ist äh ist so ach nee der ist äh Litauer also ist in Litauen geboren McIunas vielleicht sogar also irgendwie sowas aber schwierig George McIunas hat in den 1960er Jahren ein Konzept vorgestellt das erst 2008 umgesetzt wurde aber das wirklich großartig ist und ähm dafür müssen wir jetzt einen kleinen Exkurs machen und ich würde euch gerne den Fluxus vorstellen ähm kommt vom lateinischen Wort die Fluxusecke die Fluxusecke kommt vom lateinischen Wort für fließen ähm also Flux äh im Fluss befindlich und andere berühmte Künstler aus dem Fluxus sind Josef Beuys und Yoko Ono und der Fluxus ist so ein bisschen die Nachfolgebewegung zum Dadaismus es geht darum dass man den Raum den Kunst einnimmt herausfordert dass man die Ernsthaftigkeit die Sinnhaftigkeit von Kunst in Frage stellt und es geht auch viel um Kunst aus der Beobachtung von Alltäglichen und also Fluxus ist ein riesiges Thema aber es ist also es fühlt sich so ein bisschen an wie die ähm neu aufgekochter Dadaismus und ähm Leute die davon Ordnung haben werden mich jetzt bestimmt dafür schämen aber Fluxus ist äh finde ich ein sehr schönes Wort und besagter George äh Massiunas hat die Fluxus ähm nachdem er sich die olympischen Spiele anschaute und daran zu kritisieren hatte wie albern sie sind dass Menschen völlig ernst über Hürden springen schnell im Kreis laufen oder äh schnell mit dem Fahrrad fahren ähm hat er eigene Disziplinen vorgeschlagen die fürs Publikum unterhaltsamer sind und ähm dieses Konzeptpapier wurde dann 2008 von der Tate Modern umgesetzt und zwar haben sie Fußball auf Stelzen gespielt sie haben ein Wettrennen mit Schwimmflossen gemacht ein Wettrennen bei dem die Füße in großen Schaumstoffklötzen waren ähm Boxen mit extrem großen Handschuhen also die Handschuhe waren das ist 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 das das ist das ist das ist das ist das ist das das ist das ist das ist das ist das ist das Methoden zum Schachspiel beigetragen nämlich schlägt er vor dass man ein also er hat einen Schach bei dem die schwarzen Plättchen rausgeschnitten sind und alle haben nur weiße Figuren und das Spiel soll auf Rassismus aufmerksam machen was in den 60er Jahren ja nochmal deutlich mehr ein Thema war dann hat er einen Vegetable Chess wo die Figuren durch verschiedene Gemüse ausgetauscht sind das heißt man muss sich sehr gut in Erinnerung halten wenn jetzt die Kartoffel von einem Brokkoli geschlagen wird ähm welchen Typ Figur dieses Gemüse verkörpern soll und mein absolutes Highlight und ich möchte das gerne nachbauen das Smell Chess und zwar sind alle Figuren gleiche Salzstreuer große weiße Container in die man nicht reinschauen kann aber man kann an ihnen riechen und in ihnen sind verschiedene Gerüche drin und dann ist der Geruch einer Figur assoziiert und dann musst du rausfinden ob du gerade am Zimt oder an der Minze gerochen hast und entsprechend das ist die Figur die du dann bewegst und ich finde diese Neukonzeptionierung von Schach wirklich großartig Georg oder George MacIonas und die Fluxus Olympics beziehungsweise der Fluxus als dadaistische Weiterentwicklung als eigene Stilrichtung und dann hatte ich mich mal umgeschaut was es für olympische Sport angibt die es nicht mehr gibt und wenn man sich mal anschaut was das waren dann hätten die auch alle zu den Fluxusspielen gepasst zum Beispiel gab es Seilklettern also einfach nur an einem senkrecht runterhängenden Seil hochklettern es gab Sackhüpfen und es gab Tauziehen und das waren mal echt olympische Sportarten die gar nicht so weit weg von den Fluxus Olympics sind und da dachte ich mir also ich kann mir schon vorstellen mir eine ernste Partie Stelzenfußball anzuschauen also für mich klingt das für mich klingt das so ein bisschen wie diese Olympics auf Steroiden die wir vor ein paar Folgen hatten Oh ja die Enhanced Games Die Enhanced Games ja und das kombiniert mit nicht diesen normalen Sportarten sondern hier mit denen gerade die du so erzählt hast das finde ich richtig gut Ja also es ist natürlich Fluxus natürlich auch eine wichtige Richtung und auch so eine um sozusagen nochmal klar zu machen was Dada ja auch schon gemacht hat war so ein bisschen Kunst den Kunstbegriff der Zeit ad absurdum zu führen also sozusagen zu sagen Kunst ist nicht nur oder zu hinterfragen ist Kunst irgendwie so ein Bild von so einem alten Mann in einem Rahmen sondern eben auch so ganz ja absurde Sachen einfach reinzuführen und auch absichtlich absurd zu sein Und das macht Fluxus eben weiter und Fluxus begründet sozusagen dieses dass es bei der Kunst um die Idee geht also das heißt fast alles an so moderner Konzeptkunst und so berührt das irgendwie und hat natürlich auch eingeführt dass das eben bedeutet da sind alle möglichen Arten von Künstlern dabei also John Cage ist ja auch als Komponist Fluxus Künstler gewesen Und zwar der mit 4 Minuten 32 Ich glaube tatsächlich ist es nicht sogar 4 4 4 4 Oder ist es 4 32 Habe ich auch schon öfter aufgeführt 4 33 Ja die Sekunde ist die macht den Unterschied Ja Habe ich auch schon öfter aufgeführt Gesehen live War schon in der Elbphilharmonie Das kann man auch sehr gut auf dem Klavier üben also für alle die mit ihren Klavierskills Ein gutes Stück zum Einstieg Beeindrucken wollen es besteht daraus dass er zu Beginn des Stücks den Flügel zuklappt auf die Stoppuhr drückt und dann einfach 4 Minuten 33 wartet Genau Kann ich leider nicht in den Podcast einspielen weil die stille Erkennung würde das dann einfach überspringen Achso ich dachte wegen der GEMA Aber das macht sozusagen klar Da war dann irgendwie nochmal mehr möglich Und George Massunas als Begründer sozusagen als Schreiber des Manifests des Fluxus Ist da natürlich sehr wichtig Aber tatsächlich genau so ein bisschen Ich habe auch schon von dem gehört Aber er ist mir nie so richtig im Begriff gewesen Was er so genau macht Aber es gehören eben alle möglichen Akteure dann auch spätestens also so in den 70ern haben super viele Künstler mit Fluxus zu tun und reihen sich da ein Also eine der wichtigsten Bewegungen eigentlich der Grundlagen der zeitgenössischen Kunst so nenne ich es mal Es gab die Kritik dass Fluxus also der Dadaismus wo ja oft noch einfacher zu erkennen ist dass es Kunst ist weil sie im Medium das Vertrautes stattfindet Und Fluxus hingegen wurde dann oft als bürgerlicher Fetisch abgetan dass man jetzt alles zu Kunst erklären möchte Und ich habe auch vor allen Dingen Fluxus Aktionen richtig Respekt weil die einfach nicht zu verkaufen sind Also eine Künstlerin die durch eine ich glaube nicht Oxford auch aber ich werde das korrigieren ist durch die Stadt gelaufen barfuß Und sie hatte sich ihre Doc Martens so hinter die eigenen Füße gebunden dass sie immer einen Schritt hinter ihr hinterher gezogen wurden Und das war dann hier so der Überwachungsstaat schreitet mit seinen Stiefeln direkt hinter dir während du barfuß die Straße abwanderst Es war Mona Hatoum und sie lief durch Brixton 1985 Und das ist eine lustige Idee aber mach daraus mal eine Aktion die dich am Essen hält Ja klar also Josef Beuys als wichtiger deutscher Fluxusvertreter hat er auch sehr viele Sachen gemacht Sehr viele Performances und so wo man auch sagen kann also Kunst ist die sind in die Kunsthistorie eingeflossen aber Das als verkaufbares Werk sozusagen entzieht es sich sozusagen diesem Betrieb Hat dann halt andere Sachen für den Betrieb gemacht Oder Yoko Ono mit ihrem Lebenswerk die Beatles zu zerstören Das ist ein wahnsinniges Werk und ich bin ihr auch ein bisschen dankbar Ja es ist einfach schwer zu verkaufen Also damit Geld zu machen am Ende damit dass die Beatles nicht mehr gibt Also ich kann mir vorstellen dass die Plattenfirmen die die Stones und andere Bands zu der Zeit aufgelegt haben sie da finanziert haben Wahrscheinlich ja genau und ich weiß auch immer gar nicht also ich glaube John Lennon wurde ja vor Andy Warhol erschossen wenn mich nicht alles täuscht Ob das vielleicht dann auch die Performance von Andy Warhol also wurde ja nur angeschossen Ob das nicht sich auch wieder darauf bezogen hat und auch irgendwie Fluxus war Wir sprachen ja darüber dass Warhol von einer der Spiegel schrieb in den 60er Jahren von einer Lesbierin angeschossen wurde Ich finde das Wort einfach immer noch super Ich habe nochmal nachgeguckt es stimmt nicht John Lennon hat es nachgemacht es war andersrum Tja Wieder ne Andy Warhol macht was es fließt in die Kunstgeschichte ein die anderen machen es nach Dann ist es auf einmal Trend und auf einmal bauen Auf einmal bauen alle Kinder aus ihrem Nokia einen Hammer Aber sie haben ja auch keine andere Wahl Wenn man keinen Hammer zur Schule mitnehmen darf dann halt den Alles kann ein Hammer sein Also Fluxus 10 von 10 Wichtige Sache Natürlich auch immer so in seiner Zeit gesehen und zeitgemäß Aber genau also Avantgarde im Sinne von Knapp vor seiner Zeit sozusagen Ja Fast schon gut Also ich finde dass die Fluxusspiele auch eine Sache die sind Also die sind so alterslos da kannst du als siebenjähriger genauso Spaß dran haben wie als siebzigjähriger Also diese Idee von Die kann man auch theoretisch immer wieder aufführen Also man könnte immer irgendwo jemandem diese gigantischen Boxhandschuhe basteln Und das einfach irgendwo als Performance machen Und also wenn man sich mal die olympischen Spiele mit ein bisschen Abstand anschaut Dann ist das ja schon absurd wie ernst Leute da Dinge machen die eigentlich völlig quatschig sind Also wer kann schneller bis in dieses Ziel laufen Ist jetzt also da fehlt mir so ein bisschen die Die Reichweite die Gravitas die das mittlerweile hat Und da finde ich lustig wer kann schneller mit Schwimmflossen ins Ziel laufen Das ist schon nochmal einen besser Wenn wir schon nicht die Enhanced Games kriegen dann Genau Ist das eine Möglichkeit Und dementsprechend für die Fluxus-Olympics würde ich auch wieder 9 von 10 geben Und ich lehne mich weit aus dem Fenster Ich finde das Riechschach als Idee so großartig Dass es auch eine 9 von 10 bekommt Ich möchte kurz bevor wir zu Bastis Bewertung kommen Eine lobende Erwähnung noch von einem meiner Lieblings Haben wir über Make a Salad sogar hier gesprochen? Nämlich auch eine Fluxus-Aktion Alison Knowles gilt auch als Fluxus-Aktion Ist auch schon von 1962 Hat sie als Aktion, als Performance-Kunst einfach gemacht Dass man zusammen einen Salat macht Und das finde ich Also das ist einfach der Die Künstlerin macht dann einen Salat mit Helfern Und dann essen alle Also auch das Publikum darf sich einbringen Und am Ende essen alle zusammen Salat Das finde ich gut Ja Dem kann ich was abgewinnen Das verstehe ich Ich bin ja allgemein großer Fan von irgendwie Einfach ganz normale, gewöhnliche Dinge Irgendwie so ein bisschen quatschig machen Von daher auch die Fluxus-Games von mir Eine 9 von 10 Finde ich sehr gut Und gerade dieses Riechschach Das ist ja Sachen Die kann man halt alle auch Halt wirklich in echt machen Und das ist nichts so wirklich Stark Abstraktes Und vielleicht kann sich da jemand Mit 3D-Kenntnissen mal hinhängen Irgendwie vor dem Computer Das Design Und dann könnte ich das hier tatsächlich Sogar ausdrucken Ja, wobei Mit dem 3D-Trucker Der Witz ist ja, dass das alles Uniforme Container sind Also ich glaube Es ist einfacher Mit weißem Klebeband Und dann entsprechend 32 Salzstreuern Sich da die Behältnisse selber zu bauen Das stimmt Das stimmt Das könnte man tatsächlich mal machen Also finde ich im Grunde so Die Idee finde ich sehr gut Dann Wenn jemals das ominöse Audio-Dump Hörertreffen gibt Baue ich ein Riechschach dafür Sehr gut Ich habe das Also ich habe In der Sammlung von MoMA Gibt es einen Riechschach Von Takako Saito Der hat das gebaut Oder gemacht Die Arbeit Ähm Und das sind dann so Glas Also so Am Wie nennt man das So eine Art Am Pullen Am Pullen Wo dann quasi Im Original Dann Aromen Sozusagen Drin platziert waren Post Schicke ich dir mal In diese Gruppe Sieht auch irgendwie cool aus Weil es wie so ein Laborset Auch einfach aussieht Ja Sehr schön Dann Johnny Deine Bewertung Zu Fluxus Und Also Fluxus Hattest du ja als 10 von 10 eingeordnet Aber die Fluxus Ja auch 10 von 10 Es ist so ein bisschen Fluxus Also die meisten Von diesen Performances Die aus diesem Manifesto Entstehen Sind alle super Weil sie Weil sie auch dazu da sind Den Kunstbegriff Immer zu hinterfragen Und anzugreifen Und das ist Prinzipiell gut Sehr schön Dann möchte ich hier Nochmal Darauf verweisen Wenn ihr noch Alte niederländische Gulden habt Und Die noch umtauschen Wollt in Euros Dann ist das Noch bis Zum 1. Januar 2032 möglich Und Wenn ihr Bei der Gelegenheit Denkt Das war ein Unterhaltsamer Podcast Über Kunst Ich möchte ihn unterstützen Damit Seine Protagonisten Weiterhin in Kunstausstellungen Gehen können Um darüber zu reden Dann Findet ihr alle Links Zur Unterstützung In den Shownotes Oder auf der Webseite Unter Unterstützen Dann bedanke ich mich Für eure Zeit Danke Johnny Danke Basti Und wir hören uns In ein paar Monaten Zur nächsten Kunstfolge Würde ich sagen Vielen Dank Und sehr gern Ciao Ciao Ich geh jetzt mal Den Laser Dollar entwerfen Laser Hier sind noch Ein paar Outtakes Vor allem Also ich werde ja immer so Als Pseudokrimineller Doppelt und dreifach Gefilzt Weil Ich bin der Einzige Im Volkwarenmuseum Der nicht Ende 50 Und Bei mir wissen sie halt nicht Dass ich der Pseudokrimineller Und Also beim letzten Mal Hatte ich ja auch noch die langen Haare Und da wurde dann Das ist verdächtig Da hielten sie mich dann für einen Klimakleber Und da musste ich alles Alles, alles, alles An der Garderobe abgeben Ich durfte nicht mal meinen Schlüsselbund mit reinnehmen Und Also Weil man hätte ja Mit dem Schlüsselbund zum Beispiel Eine Glasscheibe zerkratzen können oder so Das war Und Und dann Suppe dagegen machen Ne Also meine Meine Idee war ja als Performance Mich in den Innenhof zu setzen Der ist nicht kontrolliert Und im Innenhof Dosensuppen zu löffeln Oder Mir eine Dosensuppe an die Hand zu kleben Sodass ich sie gar nicht abgeben kann Ich dachte du Würdest das innere Lining deiner Klamotten Aber die musst du ja auch abgeben So In einem Mantel kann man sehr viele Typhesuppen So in die In die Zwischenwände montieren Genau Und dann mit dem Wasser vom Klo In der Fahrt Und die dann frisch anrühren Genau So einen richtigen Knast Wasserkocher bauen Aus Aus zwei Rasierklingen Und einem isolierten Kabel Einen 9 Volt Block Ja Im Knast nennen sie das ja das Moped Und Dann mit so einem selbstgebauten Knast Wasserkocher Und dem Wasser aus dem Aus dem Klo Tütensuppen in der Veranstaltung Aufkochen Ja Sehr gut Ja das sind die Wege Wege des Widerstands Ja irgendwie muss man ja berühmt werden Ähm Ich würde uns zurück in die Sendung holen Ähm Mhm Weil ich vielleicht aus dem Aufgeplänkel hier Ein, zwei Sachen Dann als Outtakes Hinten an die Sendung schneide Ja klar Ich spiele das Intro ab Mit Live-Focus Johnny kennt sich aus mit den Computers Was die weiß was du im Netz gesucht hast Johnny Johnny sticht dich ab in der U8 Und schon schaut er dich an Und schon schaut er dich an Das ist auch interessant Ja Stimmt Auch interessant Reimt sich auf Audio-Dump Das merke ich jetzt erst Ich habe den Titel auch nur gewählt Weil er im Alphabet vor Audio-Dump kommt Es war Es war die ganze Zeit eine Simulation Wir bedanken uns erneut bei unseren Supportern Wenn dir die Sendung gefallen hat Wirf uns gerne etwas in den Hut Alle Details dazu stehen in der Beschreibung Und auf der Webseite